hallo da ist der soundcheck man soundcheck 1 2 3 512 3 milliarden 572 wie geht es ihnen heute mir geht es sehr gut ich habe dich jetzt mal schon auf 136 prozent gemacht ich hoffe das ist laut genug ich weiß es nicht ich hoffe aber der herr ref muss das ja machen für die aufnahme also ich bin da ja unerheblich ach so ja stimmt ihr passt na dann meinst du können meinst du können loslegen wollen wir wollen wir in den podcast rein diven da habe ich mich heute schon ganz darauf gefreut ehrlich gesagt ich starte mal meine aufnahme ja starte mal eine aufnahme okay aufnahme läuft okay dann 3 2 1 go ich würde auch sagen 3 2 1 quasi go hi was geht bei dir ist aufgeräumt also hinten weggeräumt weggeräumt nicht aufgeräumt der tisch steht jetzt da wo er hin sollte weil wir jetzt ja das ist das neue drucker mein laserdrucker hat sich verabschiedet oh nach so vielen jahren hat er dann endlich wir haben letztens auch darüber gesprochen ja der hat ich habe nachgeschaut fünfe und halb jahre nur überlebt nur aber ich habe auch nachgeguckt er ist halt also er war sehr teuer laserdrucker schwarz weiß von er ist ja egal welche marke aber da wer guckt schon danach 72 euro hat er gekostet mit toner der neue der alte ach so und der der hat jetzt 205 fisch gekostet so pi mal auge mit scanner und allem drum und dran nein das kann ich mag solche multifunktionsgeräte nicht also so ein gerät muss für mich nicht viel gleichzeitig können das ist nur ein drucker der ich habe nur darauf geachtet dass erhalten gescheiten netzwerk anschluss hat also gescheit in anführungszeichen das weiß ja vorher nicht also netzwerk anschluss hat ja dann kannst du halt überall hinstellen einen gescheiten einzelblatte einzug das ist für mich wichtig weil ich immer noch paketmagen ausdrucke da wurde ich für ausgelacht dann brauchst du doch mit qr-code sag ich so ja bei mir ist mit qr-code nichts also es gibt hier bei mir mehrere post annahmestellen die haben wirklich beschissene öffnungszeiten und eine davon ist kein witz die haben nicht mal ein computer die wenn du dahin gehst mit dem paket dann schreiben die die tracking nummer ab machen ihren stempel drauf und unterschreiben das als wäre es 1995 okay ja aber hast du ein scanner im haus ein scanner habe ich der steht sogar ja ein dokumenten scanner das ist das das silberne ding was da gerade da oben steht hat gerade keinen festen platz weil ich hier gerade umräume aber der kann schon so 300 blätter einscannen so am stück das ist ein dokumenten ja das ist ein dokumenten scanner das läuft super mit dem ding also brauche ich nicht so häufig aber als ich damals gebraucht habe war das sehr war das die sinnvollste investition die ich gemacht habe die sinnvollste nicht investition und die sinnvollste geld ausgabe die ich gemacht habe ja ich also ich habe ja so ein all in one gerät aber ich hasse die dinge ja die sind immer also die die wie sagt man denn die patronen sind halt einfach ekelhaft teuer und das hält nicht so lange gelb ist alle ja das ist schön und jetzt gibt es alle ja was denn jetzt da machst du gelb rein nee alles andere ist auch alle jetzt da geht aber eigentlich anders gelb ist alle ja ich möchte nur schwarz weiß drucken ist egal mach gelb ist es so trägt mich mal voll auf ich habe schon überlegt ob ich mir nächstes mal so richtig mal rein dive und mir dann was ganz ordentliches kaufe die frage ist wie oft man es dann am ende wirklich braucht naja also einscannen brauche ich schon ziemlich schnell und viel manchmal das ist bei mir nicht anders ja gerade so belege und vertrag unterschreiben machst du das beim moment ich habe eine frage machst du das beim vertrag unterschreiben wenn du verträge unterschreibst ich meine das kommt ja vor machst du das wirklich per hand und scanst es dann ein und schickst es zurück oder oder scanst du das papier ein und fügst deine unterschrift als png hinzu ich habe letztens ich habe letztens ich habe mir ein neues auto bestellt also filmwagen jetzt weil meiner kommt jetzt weg klar amg nee sowas fahr ich nicht ich fahr bescheidene allerwelts auto wie sagt man arbeiterklasse auto kannst du nicht ausdenken 30 seiten ausdrucken überall dein scheiß willi drunter setzen und die kacke wieder einscannen was soll das haftung die wollen es halt ganz genau nehmen das ist ja aber du kannst es ein und schickst es dann dahin und es sieht aus wie kotze jetzt will ich mal wie abend wie oft der arme autohaus mitarbeiter dann einfach so handy fotos bekommt weil die leute kein scanner weiße dann hast du da so ein vogel der 30 handy fotos macht eins schief eins so als das ding ist ja der scanner macht das ja auch schief ich habe oben so ein einzug ich habe echt ohne scheiße ich habe für das auto heißt so ein stapel papier eingescannt habe ich oben reingehen weil der witz an der ganzen sache ist ja da sind ja die agbs dabei und die musst du ja alle mit ausdrucken weil unten bei den agbs muss ja unterschreiben und dann denkst du so reicht ja nicht vielleicht auch ein zettel nee nee muss schon komplett sein muss komplett sein ja really really ich fand ich fand es bei dem bei meinem leasing fahrzeug genauso also auch eine million blätter und dann noch mal hin und dann noch mal zurück und dann die bank und bla bla dies und blabla das fand ich auch super nervig aber hey wenn das so wenn das so ist von den unterlagen und von der haftung her was soll's na der witz an der ganzen sache der schrieb mir dann eine e-mail hier sind sie haben noch ein stück papier vergessen was zu unterschreiben alter ich alle blätter durchgeguckt ne ich so welche papiere fehlen denn jetzt keine antworten mehr gekriegt gut kannst du den ganzen kack wieder neu ausfüllen können wir die scheiße nicht einfach endlich digital machen dass man das in der pdf speichern kann das wäre schon schön ja ich habe die info bekommen wir sollen heute mal ein bisschen mehr auf unseren chat eingehen und ich das mache ich jetzt hier es gibt doch von adobe sign oder so wie heißt das ja es gibt es gibt mehrere es gibt mehrere online tools die sowas anbieten doku sign zum beispiel ja ich weiß nicht ob das von adobe ist und so und da haben ja da haben ja auch verschiedene firmen ihre verträge mit ihren wie nennt man die streamern ja und dann läuft das quasi darauf findest du das gut diese doku sein sache schon gut na ja ich glaube auch dass ich jetzt ohne scheiß ich glaube die meisten streamer die bei bei twitch zum beispiel in den partnervertrag unterschreiben und das über doku sein ich weiß gar nicht läuft das immer noch über doku sein ja ne mittlerweile nicht mehr da klickst du eine zeile rein schreibst deinen namen hin und dann bist du fertig genau das ist das ist mittlerweile bei 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 twitch so der fall aber ich habe ich habe damals mal so ein paar verträge unterschrieben das lief über doku sein und ich fand es echt gut dass ich mich ein paar jahre später noch da einloggen konnte und konnte den scheiß noch mal runterladen ich lebe mir das immer sofort runter ja das mache ich auch und schiebe das dann auf ein spezielles laufwerk und aber in einem fall habe ich es nicht wiedergefunden was auch geil ist wenn du dir bei bei wenn ein partnervertrag bei twitch hast dann kannst du ja über dein dashboard kannst du ja den vertrag einsehen richtig kannst du das bei dir ja bei mir geht das nicht bei mir steht so wenden sie sich bitte an ihren an den support und dann denkst du natürlich sofort ja geil ich wende mich an den twitch support das geht bestimmt total schnell und dann schreibst du den dann sagst du hey könnt ihr mir bitte meinen aktuellen vertrag mal zuschicken und dann schicken die mir den vertrag und das hat sogar funktioniert traurige geschichte das ist einfach wirklich zum kotzen ich weiß nicht wann wir das endlich mal hinkriegen dass wir das nicht mehr so umständlich machen müssen der witz pass auf jetzt kommt ja der witz an der ganzen sache diese pdf dokumente kannst du alle ausfüllen du kannst das datum eintragen wohnort alle infos die du brauchst aber du musst es ausdrucken um das zu unterschreiben du musst es ausdrucken um es zu unterschreiben und du denkst okay warum was soll das okay aber jetzt hier noch mal der hinweis du kannst es ja auch als bilddatei ausdrucken kannst da deine png unterschrift drauf schieben dann wieder zu einer pdf zusammenfügen und zurückschicken und sagen so ja habe ich gemacht ja toll aber das ist doch viel zu kompliziert was soll das denn geht also geht mein chat sagt gerade bist du sicher dass das reicht nee das ich bin mir sogar ziemlich sicher dass das eben nicht reicht aber dann müssen die mir erst mal beweisen dass ich es eben nicht unterschrieben habe das das geht nicht also die sagen die sie müssen das richtig unterschreiben habe ich auch schon gehabt habe ich noch nie gehabt habe ich schon so oft gehabt mittlerweile weil ich habe meine unterschrift habe ich nämlich auch als png da liegen schon weil weißer voraussicht aber aber schon poste ich nicht das geht so nicht das müssen sie noch mal richtig machen cool ja ist so eine sache der rechtssicherheit und so na schwierig 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 ja naja geht halt nicht jetzt jetzt weiß ich immer noch nicht welche papiere fehlen warte ich halt noch mal ein bisschen drauf oder sollen die beim scan sehen dass man dass es in echt nicht in echt unterschrieben habe das problem ist wenn 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 sagen wir mal du bist so sagen wir mal in dem fall von von herrn disingen jetzt gerade du bist so ein autoverkäufer dann bist du es gewohnt dass der kunde dir wenn das eingescannt ist dass das aussieht wie kreuz und quer und rüben so ne das sieht niemals hundert prozent exakt aus und wenn jetzt auf jede unterschrift exakt gleich aussieht das kann niemand genau das kann halt einfach niemand und wenn du dann auch den fehler machst und deine unterschrift hat dann noch so eine bestimmte farbe und es sieht immer gleich aus keine chance dann sagt dir einer sofort hey das haben sie nicht ausgedruckt und ausge unterschrieben ich musste halt 15 mal unterschreiben 15 mal das ist schon echt schwer naja das ist nicht schwer das ding ist halt einfach nur das ist super anstrengend und ätzend vor allem wenn die pdfs im pdf reader dass du die nicht vernünftig verwenden kannst weil die so groß ist dass wenn du scrollen willst ja immer die pages durchspringen kennst du bestimmt auch oder und dann sagst du weißt du was leck mich am arsch druckst es aus und füllst es per hand aus ja weil es halt schneller geht und dann kommt wieder der dokumentenscanner rein also das ist ein dokumentenscanner von fuji zu den habe ich keine ahnung vor 15 jahren mal gekauft oder so ne der war auch nicht ganz günstig aber das ist kein teures teil und also ich weiß nicht so 30 40 seiten kann der am stück futtern aber das heißt ja meistens nicht ne und die software funktioniert bis heute zum glück unter windows 10 und dann ist die im prinzip so eingestellt dass er ein duplex scan machen soll wenn du auf den knopf drückst und alles andere musst du halt über die software man rechts anklicken hier simplex scan was auch immer ja und dann frisst er die sachen und wenn dann also wenn ein weißes blatt erkennt dann wird das gar nicht erst quasi ins dokument mit reingeballert und ansonsten wird es halt nach den vorgaben quasi gefuttert und abgelegt als pdf oder als jpeg oder was auch immer du haben willst läuft super also wirklich top ja der meiner macht das auch ich habe hier so ein office jet ding pro das also geht auch einigermaßen zügig ist halt immer nur ein bisschen ja ich fände es etwas kompliziert und unnötig naja jetzt muss ich halt wieder noch warten was da fehlt vielleicht vielleicht kommt halt einfach irgendwann mal so eine so eine rein digitale lösung die komplett legal ist also die die rechtlich gesehen komplett legal ist das wäre schön ja das wäre schon cool ja oder wenn sie einfach mal so ein fenster da reinmachen dass du reinklicken kannst du kannst dann mit irgendwas da drinnen unterschreiben weißt du also schon am computer das wäre toll die frage ist ja ob dieses dieses nicht doku sein also das was twitch macht wo man dann einfach nur so seine kürzel so per per tastatur reinschreibt ob das überhaupt in deutschland legal ist nie ja ich meine ja du mein also ich habe ja hier auch stift also ich könnte ja so auch unterschreiben aber sie grauen ja diese fenster aus du kannst ja drinnen ja nichts machen ja so wenn das fenster aber so wäre dass sind stift nehmen könntest du sagst hier unterschreiben der wäre das ja schon mal geil aber geht ja auch nicht ist ja immer blockiert ich glaube ich werde mein auto nie bekommen habe ich das gefühl ich habe so kein bock das geht mir so offen sagt in deutschland kommen bei dem ab sofort oder ab dem nächsten datum keine ahnung kommen die finger abdrücke jetzt mit auf den personal ausweis also als also zum abgleich nur so eine überleitung gab jetzt völlig out of context so ne hast du deinen rechner fertig der stream pc ist im grunde fertig ich habe den also dass der knackpunkt war dass egal welchen kühler ich eingebaut habe in dem kleinen gehäuse dass er halt zu heiß wurde ne also der hat immer irgendwann angefangen drop frames zu spucken oder halt eben dass er runter getaktet hat also drop frames nicht aber dass er da dass er halt ne also thermale probleme hatte und dann runter egal egal bei welchen lüfter einstellung immer voll dabei immer voll power so so und ich habe den ich habe dann im bios gibt es bei den amd overclocking einstellungen gibt es ein eco modus dass das die cpu sich wohl nur noch 65 watt ziehen kann ich weiß nicht ob ich das schon erzählt habe und ich war der meinung dass 65 watt für die cpu diese cpu halt quasi zu einer art mobile prozessor macht das war so mein gedankengang so von wegen so ja was willst du nach 5900x denn halt auf eco stellen das macht ja gar keinen sinn so ne ja war aber falsch ich habe also encoding und live stream stundenlang laufen lassen keinerlei ausfälle keine drop frames 15 bis 20 grad unter der standard temperatur so unter der letzten temperatur also habe ich noch eine menge headroom nach oben frei für alle spielereien die man da machen möchte läuft jetzt super ist für nächste woche angedacht dass der in betrieb genommen wird vorher werde ich mich noch ein bisschen mit dem x264 auseinandersetzen und noch ein paar kleinigkeiten ausprobieren und dann geht das hier wieder mit dem zwei pc system weiter und ich gehe sogar einen schritt weiter ich werde mal testweise auf ein mischpult verzichten testweise heißt noch nicht fest ich nehme dann das elgato wave neben auch das komplette wave paket und versuche das komplett mal digital zu machen also digital nicht wie du deine lösung ist halt premium premium sondern einfach nur die die elgato wave xlr lösung mit micro 1 darüber micro 2 direkt über ein line in und dann schaue ich mal weit ich komme also es ist immer besser wenn man ein mischpult zu gehen müssen wir gar nicht drüber reden das ist für mich jetzt nur spielerei und ausprobieren ja okay klingt interessant ich meine so habe ich früher auch angefangen klar kabel hin und her mal gucken bin gespannt was du erzählst du wirst mich nächste also wenn ich bin noch nicht sicher ob das nächste wochen mittwoch schon steht falls wir am mittwoch okay bei mir geht gerade die welt unter ja ich höre es gerade okay ja das wir hatten ja schon genug regnen jetzt kannst du mal wieder ein bisschen trocken bleiben jetzt wurde trocken droht ganz gern ein bisschen wasser haben ist überhaupt gar kein problem was hat mir uns denn heute für ein thema überlegt für diese folge ist einfach mal wundertüte wir quatschen einfach mal drauf los nicht wir hatten nichts spezielles wir hatten über also wer hat denn dich ermahnt dass wir auf den chat eingehen sollen nach 14 folgen ich weiß nicht können ja mal hoch scrollen welcher daddel junkie was daddel junkie hat daddel junkie aufmerksamkeitsdefizit heute nach 14 folgen ich glaube das hat er immer nee aber das wurde schon öfter mal gefordert dass wir dass wir ein bisschen mehr auf den chat eingehen und mal ab und zu auch mal so in so impulse daraus nehmen und das finde ich auch richtig wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen weil wir auch die möglichkeiten haben da steht also bei mir stehen meistens nicht wirklich sachen drin die man bei mir mal so mal so genau also mal so ja ich habe übrigens letzte woche mich hingesetzt und habe den streaming pc mal konfiguriert war teuer ein bisschen du meinst jetzt den mac pro ne ja das waren stabile also das upgrade wären stabile 3.300 euro gewesen auf welchen basispreis was meinst du basispreis wenn du das upgrade heißt es ja heißt es ja du hast einen basispreis und an basis modell und da kommen noch mal dreieinhalb drauf das was da unten drunter steht okay ja und dann naja der witz an der ganzen sache ist es nur eine cpu ein kühler ein board grafikkarte und gehäuse okay was für ein gehäuse was für ein kühler was für eine cpu und was für eine grafikkarte ich habe den selben kühler genommen wie hinten da ist nur 110 i drin von von corsair dann habe ich dasselbe gehäuse wieder hinten das 5000 d 5950 x dasselbe mainboard was ich aktuell fahre in allen rechnern bis auf den streaming rechner ja die grafikkarte hat halt mit 1800 euro schon reingezimmert 3080 ti ne 6900 xt ah ok amd alles klar weil ich wollte die da hinten steht 6800 xt die wollte ich da raus nehmen und in den streaming rechner nehmen und dann die radeon 7 hier raus nehmen aber das fand ich schon ein bisschen teuer muss ich sagen und da war ja noch nichts dabei also kein arbeitsspeicher kein netzteil so keine nvmi nix das war einfach nur so also computer ist grad ganz schön teuer ich habe mich ganz schön ja beim letzten mal gesagt also dieses also dieses jahr wolltest du kein netz für ja mache ich auch nicht ich habe nur geguckt ich habe ich habe wirklich nur geguckt machen wollte ich nicht ne nur ne frage ja ich musste mir ja auch ein neues objektiv kaufen meins war ja kaputt das ist ja immer ist das angekommen ja das ist da dranne jetzt ja es ist es ist schon da dranne ja hab schon verbaut ich sehe ein leichtes schmunzeln im gesicht so das ist immer ein gutes zeichen naja es funktioniert halt wieder ne also mein anderes funktioniert ja auch aber das wird halt einfach nicht mehr erkannt am bayonet und das geht jetzt halt wieder und das war 600 euro günstiger als das davor und das finde ich persönlich sehr gut für den preis ich meine Hauptsache es macht genau was es soll ja es ist mein es ist immer sind immer noch 800 schleifen davon mal abgesehen also es ist immer noch eine menge geld ähm aber es tut das was es soll das finde ich eigentlich ziemlich gut also autofokus ist supi bild ist klasse ich meine erinnert nichts daran dass die kamera einfach da völliger overkill ist so da werden wir uns ja schon drüber unterhalten aber ja es war gut und ich habe die frage tritt bei mir ja gerade auf ob man das bei your net am objektiv nicht reparieren lassen kann ja habe ich hingeschickt und der witz an der äh an der ganzen sache ist dass es in der reparatur funktioniert hat also manchmal geht es manchmal geht es nicht und jetzt ist halt so eine phase wo es wirklich schon sehr lange nicht mehr ging und äh naja ich habe jetzt keinen bock mehr für 300 euro das reparieren zu lassen weil ich habe schon einmal 300 euro von nichts bezahlen so und damit ich das nicht nochmal mache habe ich mir jetzt noch nicht gebraucht Thema reparieren lassen mein mein wie gesagt mein laserdrucker ist kaputt und äh das ist natürlich wieder in dem moment passiert wo man denn das gerät mal wirklich gebraucht hat ne also du willst mal eben kurz was ausdrucken du musst mal eben kurz was wo hinschicken und du brauchst du musst mal eben kurz einen scheiß ausdrucken und Drucker habe ich wirklich nicht mehr ich habe nur diesen einen so und aber ne in der amazon welt oder egal bei wem ne lieferzeiten sind ja heutzutage sehr wenn wenn man den richtigen leuten bestellt schnell und da habe ich gedacht du kannst den alten Drucker nicht einfach nicht so wegschmeißen der ist halt einfach nur nicht mehr angegangen das ist ja meistens eine störung wie keine ahnung Netzteil da drin kaputt oder irgendwas was was jemand der das ding aufmachen kann und die entsprechenden kenntnisse hat wahrscheinlich wieder instand setzen kann ne auch wenn es nur so ein billiger drucker ist ne aber ne wegschmeißen ist halt scheiße und dann habe ich jemanden gefragt der ähm den ich schon sehr sehr lange kenne ähm wir sind sogar schon mal bei jp essen äh burger essen gewesen mit ihm und seinem bruder und äh der repariert so alte konsolen so ähm gameboys und super nintendos und all so ein scheiß und macht ja auch immer heile und den habe ich einfach mal gefragt ob er den Drucker ähm haben möchte ne also ich habe ihm gesagt ich ich schicke dir den zu und ne du musst dafür nichts bezahlen kannst damit machen was du willst vielleicht kriegst du ja nochmal in gang weil ich finde den gedanken einfach auch gut wenn das gerät noch weiter benutzt wird ne ich habe jetzt noch ich muss noch irgendwo gucken ich habe noch irgendwo noch eine noch einen Ersatztoner und so weiter und ich gehe mal davon aus dass jemand der 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 sich mit der scheiße auseinandersetzen kann entweder sagt ne das das bauteil was wir brauchen kostet zu viel lohnt sich nicht ne schrott oder halt eben du äh ich habe da quasi mit meinem lötkolben einmal da dran gehalten und seitdem läuft das teil wieder so ne ja gefühlt und dann wäre es echt zu schade das wegzuschmeißen ich schmeiße auch immer fast gar nichts weg also ich habe ich habe ich glaube ich habe mal so ein 15 jahre altes mainboard weggeschmissen aber das war es dann auch ich habe noch arbeitsspeicher ddr2 60 gigabyte im schrank liegen also wofür naja man weiß ja nie ja man weiß nie ja okay aber aber wofür es nimmt keinen platz weg ich habe mir das abgewöhnt also ich habe bei bei hardware habe ich mir abgewöhnt und ich weiß manche leute triggert das wenn ich das ja so sage aber wenn ich eine sache ein jahr lang nicht brauche dann brauche ich sie nicht dann kann ich sie auch verkaufen so und natürlich habe ich ein paar sachen die da hängt ein emotionaler wert dran und die verkauft man nicht so ne aber wenn ich merke ein ding egal was liegt hier länger als ein jahr rum und es ist kein emotionales bauteil oder irgendwas was man zum äh noch hinstellt als als deko dann kommt das weg dann wird es verkauft ja also wenn es danach geht dann wäre mein dreiviertel lager wahrscheinlich leer wahrscheinlich ja ja dann wäre mein lager leer ja aber ich habe auch schon gelernt mich davon zu trennen aber ich gehe also mittlerweile gebe ich auch super viel schon weg also extrem viel so wenn leute da sind und irgendwas brauchen so ich habe halt irgendwie glaube ich noch gefühlt zehn ein terabyte festplatten oben liegen locker okay das ist so ne so ne ich habe alles so in boxen die alle so beschriftet sind da habe ich den ganzen shit da liegen ich habe so viel boxen das ist einfach kannst du kannst vergessen dass so viel das das habe ich mir wie gesagt äh schon sehr früh abgewöhnt mein 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 onkel ist so eins von messy gewesen so ne den ganzen keller voll gestellt mit mit computer krimskrams und hardware hier und ja kann man immer noch mal gebrauchen und das war für mich so mein so mein warnschild so von wegen so ne das ist das ist da gehst du hin wenn du das so weiter machst das will ich nicht naja da kannst du noch so ordentlich sein früher oder später nimmt das halt überhand und dann kannst du dich nicht mehr von einzelnen kabeln trennen ich habe als ich als ich diesen schnitt gemacht habe habe ich habe ich wirklich ähm bei ebay damals noch schon ewigkeiten her habe dann wirklich so pakete gepackt mit keine ahnung 20 kaltgerätekabeln also diese typischen stromkabel die man halt für computer braucht 20 stück und ich hatte noch eine noch eine kiste voll mit keine ahnung fünf oder zehn stück so ne also es ist jetzt nicht so dass ich dass ich die dann irgendwie dann irgendwie übrig hatte so und dieser cut tat wirklich gut also danach konnte ich auch mal richtig durchatmen und du bist überall her gekommen also nicht falsch verstehen ich habe immer noch eine arsch voll voll kabelgedöns in meinem keller und auch in verschiedenen kisten halt irgendwo so rumstehen da muss ich auch mal mal durchsortieren und da sind auch noch mal ganz ganz alte sachen drin aber macht halt keinen sinn sowas zu behalten also für mich es gibt einen unterschied zwischen also für mich gibt es einen unterschied zwischen es ist sinnvoll eine sache nicht wegzuschmeißen weil die hat noch was zu tun und ich schmeiße es nicht weg weil ich das vielleicht irgendwann mal gebrauchen kann ja dann bist du doch in tarkov auch so ein spieler gewesen der einfach nie was weggetan hat oder doch hast du in tarkov ordnung gehalten mein inventar war sauber das wundert mich jetzt hä wieso mein lager ist auch alles aufgeräumt das alles beschriftet alles in kissen alles vernünftig verpackt also bei mir bei mir geht es ja also pass auf alex du ich bin ja ab und zu mal auf reisen ja 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 und ich habe mittlerweile etiketten nee nee wie nennt man das denn etweez ja etweez wo jeweils immer eine powerbank drin ist eine große eine kleine alle möglichen kabel die du brauchst wandstecker zweimal also welche von usb c auf normal und dann normal usb für die wand und ich kann einfach mal lagen das mitnehmen und fertig wenn ich wiederkomme powerbank leer ist anstecken wieder reinpacken zupacken und usb also bei mir ist wirklich alles aufgeräumt ich habe wirklich alles da mein arl rucksack hat wechselkabel drinne falls das kabel kaputt geht kann ich das auswechseln dafür alles möglich scheiß ersatz da und alles ist geordnet dagegen das dagegen spreche ich auch gar nicht das ist das ist ja das ist ja gut das ist ja grundsolide dass wenn das wenn du wenn du für den part mit dem du dein geld verdienst halt doppelt abgesichert bist aber ddr2 speicher zu hause zu behalten ey sorry das sehe ich nicht doch ich sehe das schon das hat einen emotionalen wert der war früher sehr teuer als ich mir den gekauft habe das ist ja wieder was anderes wenn du sagst das hat einen emotionalen wert und du möchtest das haben oder ausstellen oder an die wand nageln oder was auch immer das ist wieder was anderes da habe ich auch gar kein problem mit und es geht mich auch nichts an du kannst du kannst du kannst du kannst du kannst mit der ganze bude mit boxen vollstellen freut sich die katze die katzen da kommen keine katze rein ich habe ich habe wirklich ich glaube das ist zweimal zwei meter raum wo regale bis unter die dachlade drunter sind das alles einsortiert very nice ja und das schöne ist immer weißt du was das schöne daran ist alexis du brauchst etwas ganz dringend und das ist sehr selten aber du findest das 100 pro in dem schrank ich sage immer nur mein liebstes beispiel dafür ist immer wie du kriegst eine tv halterung für die für die dings und dann klappst du da das ding auf wo dann abc defg schrauben drin sind die meisten leute pfeffern das weg also mir hat das schon x mal den arsch gerettet dass ich diese aufgehoben habe bei solchen sachen wenn ich mehr schrauben geliefert bekomme als ich brauche packe ich die auch in meine wechselkiste die haben auch so verschiedene sektionen so keine kisten schächtelchen oder was auch immer und da packe ich die sachen rein das sind ja metrische gewinde die kannst du für immer was für immer was gebrauchen aber wenn ich die dann zum zum x mal doppelt und dreifach habe dann kommen die halt auch weg es gibt diesen moment da brauchst du ganz zufällig sechs m8 schrauben ganz zufällig und diesen moment gibt es und die meisten leute fangen dann immer an zu rotieren jetzt muss ich erst mal zum baumarkt ich so ja ist klar ich gehe erst mal ins lager gehen wahrscheinlich gucken ach da sind ja das verstehe ich das verstehe ich absolut ich hatte ich hatte halt immer diesen 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 anderen moment so was brauchst du jetzt für ein kabel ah verdammt ja warte mal ich gucke mal aber ich glaube das habe ich nicht das habe ich noch nie gehabt und ich habe immer weil die technologie geht ja weiter es gibt ja neue anschlüsse neue stecker neue was auch immer und so weiter und ich brauchte immer genau die stecker die ich noch nie gebraucht habe oder 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 wie du es beim letzten mal gesagt dass das kabel ist dann halt eben einfach 20 zentimeter zu kurz ich hasse ja ja zum kotzen wirklich zum kotzen und dann bestellst du dir was neues und bestellst du es neues und bestellst du es neues und wirklich nervig ja aber ich werde glaube ich also meine garage ist jetzt bald fertig und ich will da noch mal ein bisschen noch mehr ordnung machen ich werde das glaube ich dann demnächst auch einmal komplett alles noch mal auseinander ruppen und komplett aufräumen das ist ein größeres projekt ja nee das ding ist halt ich habe das gute ist ja ich verstehe mich mit meinen nachbarn so gut ich wollte eigentlich eine werkstatt haben und ich habe mich jetzt mit meinem nachbarn darauf geeinigt weil ich ja jetzt sehr viel sport mache dass ich in meine garage ganz viel so sport equipment reinmachen damit man das sport machen kann und mein nachbar dafür macht aber bei sich die werkstatt auf und wir kriegen bei den schlüssel und dann können wir beide jeweils das von dem anderen nutzen und damit man halt also ich habe noch ganz ich habe noch so eine riesigen regale also so lagerregale und das ding ist halt ich möchte ich stehe auf boxen beschriftet wo alles drin ist also nicht dass du halt sinnlos irgendwo rumsuchen ich habe zum beispiel eine so eine so eine so eine schüssel so eine box da ist alles voll mit netzteile drin also hier fünf watt zwei ampere zwölf watt dies das und wir kennen das alle ich habe das schon so oft gehabt schnipps vorne abmachen löste dann scheiß daran was dazu mit wie heißt die kacke hier hier schlauch wie heißt das denn schrumpf schlauch oder ja genau mit schrumpf schlauch und dann hast du brauchst du kein netzteil kaufen brauchst du nicht das x tausendste netzteil besorgen sondern du hast die scheiß einfach da so und das das geht mir halt so oft so dass ich das bei mir wirklich alles ordentlich einsortiert habe alles beschriftet und wenn ich das wirklich brauche dann hole ich mir das da raus und es nimmt man keinen platz weg also bei mir sind jetzt halt vier boxen übereinander gestapelt in einer etage und davon stehen dann halt so sieben reihen nebeneinander und da ist dann halt alles drin ja finde ich gut so und wenn ich zum beispiel pc boxen wenn du jetzt habe ich halt auch noch da liegen so und bei mir ist wenn halt irgend einer was braucht dann kann ja fragen kann sich das auch mitnehmen weil wozu soll ich das wegschmeißen ist doch viel zu schade dafür also es ist halt wirklich zu schade dafür dafür hat man schweine geld früher bezahlt und wenn es jetzt nicht unbedingt alles zu müllt oder so denn ne also ich meine in berlin hätte ich das verstanden oder ne sagen wir mal in dresden hätte ich das verstanden da hatte ich nicht so viel platz dafür aber ich also jedes mal wenn ich umziehe habe ich mindestens einen großen lagerraum genau deswegen weil ich groß ist jetzt deine wohnung weil das klingt ja schon ein bisschen ich habe jetzt 130 quadratmeter für mich alleine ich habe ein schon ordentlich ich habe einen lagerraum in meiner wohnung ich habe einen keller und ich habe meine garage noch so krass krass also die letzte wohnung der ich zu zweit gewohnt habe war auch so 120 quadrat rum also das ist schon das ist schon eine größenordnung wenn du da alleine drin wohnst da hast du schon genug platz ganz klar ja nur habe ich also ich habe wirklich aufgehört überall shit hinzustellen und in dem raum shit zu machen also es gibt nur das und die küche und danach feierabend mehr gibt es nicht und das wird auch gar nicht ausgeweitet weil das du bist irgendwann bist du verloren ja du bist halt einfach diese grenze überschritten genau und wenn du diese grenze irgendwann überschreitest bist du halt einfach nicht mehr und ich sage es einfach so wie es ist beziehungsfähig weil du kannst einfach nicht mehr zurückbauen weil du kannst das weißt du du kannst nicht zurückbauen das geht nicht so und jetzt ich habe schon überlegt ich habe schon überlegt zum beispiel ob ich mir einen billardtisch hole weil mein wohnzimmer so riesig dass ich mir theoretisch billardtisch da rein zimmern könnte so aber ich muss ganz ehrlich gestehen ich weiß ganz genau wie das ausgeht das wohnzimmer ist rammelvoll mit kameras und dann spielst du billard dann holst du den flipper dann holst du die scheiße jene scheiße und der ganze raum ist eigentlich nicht mehr beziehungsfähig deswegen habe ich gesagt okay büro küche feier mehr gibt es nicht nachvollziehbar understandable also das habe ich mir das habe ich hier bei dem raum also dieser dieser ganze raum der ist das kann da kann da kann ich machen was ich will und das ist auch eine schöne überleitung ich habe doch beim letzten mal erzählt dass ich dass ich meinen küchen stream mal komplett wireless machen möchte ja also epoch cam droid cam obs wireless mikrofon etc hat funktioniert zu zweit also zwei wireless mikrofone der rest alles über wlan keine probleme gute bildqualität keine aussetzer kein ruckeln oder so hat richtig gut funktioniert bedeutet dass ich meinen küchen pc wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückbaue was gut ist weil ich den platz jetzt in der küche brauche weil vielleicht demnächst noch ein bisschen küchenspielzeug dann dazu kommt noch mal anderes gerät noch mal ein bisschen mehr anderes geschirr noch ein paar noch ein paar sachen zum arbeiten weil aktuell habe ich wieder richtig bock an kochen also das war mir so phasenweise in einem moment oder im einen monat so da habe ich bock fast jeden zweiten tag zu kochen und im nächsten monat denke ich mir so ja komm kannst du bestellen oder kannst was mitbringen oder sowas in der richtung das kommt mir sehr entgegen bestellen habe ich aufgehört das problem ist dass ich bei mir hier fast gar nicht bestellen kann also es gibt ein paar läden bei denen man ordern kann aber das ist halt wirklich nicht lecker und es ist wirklich nicht lecker das ist wirklich nicht keine kein gutes essen das ist auch eine art wie man sich essen bestellen abgewöhnen kann einfach es gibt halt einfach keine guten läden hier ja also das ist jetzt nicht so das problem aber ich habe einfach damit damit aufgehört jetzt weil das jetzt meistens so mein mein shit so salat und joghurt und sowas alles und das reicht mir völlig zu ich bin jetzt seit ein paar wochen so ein bisschen auf dem vegetarischen heute gab es eine bohnenpfanne mit tortilla crunch knoblauch schmand und thymianreis und ich habe das alles so einzeln probiert ich bin so ein großer freund von erstmal alles einzeln testen weil jedes einzelne teil muss halt geil sein also wenn du so zu meckes oder sowas gehst da schmeckt jeder einzelne bestandteil scheiße und es wird nur durch die nur durch die soße wird es zusammen zu einem ding was man essen kann so in anführungszeichen aber meckes ist ja kein essen wissen wir alle und ich habe das hier alles einzeln probiert ich dachte so ja schmeckt schon einzeln ganz gut aber irgendwie passt das nicht und dann habe ich das gegessen und es wird mit jedem bissen wurde es geiler also das werde ich mir noch mal machen sehr sehr gut schön das freut mich zurzeit zurzeit wieder richtig bock auf kochen ich auch so nächstes nächste woche geht es auch wieder noch mit 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 noch mal mit veggie weiter und dann schauen wir mal ich war auch diesen monat nur viermal fleisch essen maximal ich habe vor ein paar tagen einmal einen burger gegessen dass du das war so man war so über den punkt ja was machen wir jetzt wie ist das ja komm ich kann uns noch ein burger machen waren unterwegs und der war der war der war echt gut saß er war wirklich gut der war jetzt kein witz also jeder sagt ja so also es gibt ja genügend menschen die dann halt zu gewissen sachen sagen ja das können sie total gut machen oder sowas ne burger kann ich kein scherz ja in meiner küche hängt nicht umsonsten burger das ist so das ist so ein leitbild das ist doch gut wenn du wenn du dich damit wohlfühlst definitiv definitiv was ist denn jetzt eigentlich aus deiner monitor geschichte da geworden hast du geholt holst du jetzt holst du nicht willst upgraden gradest du nicht ab auf deine 240 hertz da hast du ja auch gesagt dass du mit dem gedanken spielst also aktuell läuft bei mir noch eine promo für ein anderes gerät das nicht auf 240 hertz läuft und das läuft auch noch ich glaube einen monat also so lange mache ich das sowieso nicht und ich möchte upgraden und das werde ich wahrscheinlich bis zum ende des jahres dann auch tun aber ich habe so das gefühl dass da jetzt gerade momentan so ein wie soll ich sagen dass da so ein umbruch stattfindet also also es wurden also 360 herz monitore sind jetzt nicht standard aber das ist so das high end wurde noch mal verweiter nach vorne geschoben weil es wurden schon 480 herz monitore angekündigt oder oder zumindest gesagt das ist das nächste was so kommt und ich habe gerade so ein bisschen spaß an dls gefunden und ich will jetzt nicht sagen dass ich jetzt als nächstes ein 4k monitor brauche der dann halt eine hohe bild wiederholfrequenz hat aber verdammte scheiße mein computer könnte das ohne probleme ne ich könnte jetzt gescheit in 4k spielen wenn ich mehr nicht kompetitiv shooter oder nicht mehr shooter spielen würde kein witz das ist ein irrglaube habe ich auch mal gedacht hat nicht so gut funktioniert ich würde es halt gerne mal testen das ist so das ding ich habe ich habe letzte woche doom ausprobiert ja doom eternal habe ich dir das ist eingeschaltet ausgeschaltet ein bisschen mit den settings gespielt das muss ich noch mal wiederholen also beim letzten mal war das irgendwie keine ahnung also es war es kamen mehr gute tipps aus dem chat als als ich in dem moment verarbeiten konnte in meinem gehirn und ich habe es halt nicht geschafft mit der 3090 und dem dem 5950x dass das die performance halt schlechter wurde so das war das problem also doom ist einfach zu gut optimiert und und das das ballert einfach nur die frames raus so und ich spiele halt nur in 1440p und da war dann halt bei 160 fps ende so und ja was willst du machen da kannst du rumstellen was du möchtest rtx an alle funktionen auf ultra albtraum heißt das glaube ich na und da das war egal es sah halt geil aus und das hat halt die performance rausgehauen und ich würde ganz gerne ich würde ganz gerne mal auf einem auf einem 4k gerät testen aber ich werde mir dafür sicherlich nicht irgendwie jetzt ein monitor kaufen nur um es auszuprobieren und den dann wieder zurückschicken weil die geräte kosten halt einfach zu viel geld und das möchte ich auch nicht machen ich möchte es nicht hin und her schicken wenn wenn man mal so ein 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 support hat von so einem hersteller der da bock drauf hat und du christmas und pressegerät mal für einen monat ja mache ich bin ich der bin ich sofort dabei aber dafür bin ich nicht relevant genug dass das man dass man von so einem hersteller mal was kriegt das kann mal sein aber na da muss ich jetzt nicht mich irgendwie krumm machen oder sowas nur weil ich das gerne ausprobieren möchte und wiederum auf der anderen seite diese 4k monitore die wirklich hohe bild wiederholfrequenzen haben die sind auch schon funky vom preis her ne die kosten schon eine stabile ecke ja da bist du bei vierstellig schon dabei ja locker ich glaube aber auch bringt welche raus oder die müssten jetzt alle welche rausbringen das witzige ist ja dass das ist also es produziert kein hersteller mehr 14 1080p monitor oder panels das sind ja alles 4k panels und dann werden die halt nur factory seite ich quasi als 1080p ausgeliefert so und der unterschied zwischen dem 1080p und dem 1440p besteht halt schon darin also jetzt ein bisschen gefährliches halbwissen natürlich dabei ich bin kein monitorhersteller aber wenn du jetzt sagen wir mal einen 1440p monitor hast und lässt den auf 1080p laufen der sieht immer unscharf aus weil weil die weil wenn du wenn du wenn du wenn du jetzt anders gesagt 4k gerät hast da passen ja genau vier pixel von einem 4k passt ja in einen 1080p pixel rein und das wird immer gestochen scharf aussehen also wenn ein 4k monitor auf 1080p laufen lässt das wird immer geil aussehen lässt du aber ein 4k monitor auf 1440p aussehen laufen das weiß ich gar nicht aber das dürfte auch ein bisschen unscharf aussehen und lässt du ein 1440p monitor auf 1080p laufen das wird immer ein bisschen unscharf aussehen weil weil halt eben die anzahl der pixel krumm ist und dann muss der eine oder andere pixel muss halt immer ein bisschen anzeigen oder halt eben nicht anzeigen und das wird immer ein bisschen unschärfe produzieren so und 1440p ist eigentlich nur eine zwischen auflösung wenn man es genau ist es auch zumindest zumindest aktuell so von dem stand her ja ich glaube das ist so das optimum wo du am meisten halt noch ausholen kannst was frames angeht absolut ja also ich orientiere mich jetzt von diesen aussagen so ein bisschen an den sachen die man von amd von nvidia und von von allen möglichen spiele channel halt irgendwie so sieht dass dlss da auf jeden fall noch ein bisschen was macht aber man darf auch nicht so denken okay in 4k nativ pumpe ich jetzt so 40 fps raus da machst du dlss an und du läufst mit 120 fps das ist bullshit das passiert nicht aber bei manchen titeln hast du schon 40 prozent mehr frames ja das finde ich krass ja ist halt die frage ob man das nachher am ende braucht ne also das ist ja also das ist ja wirklich die 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 wenn du jetzt beispielsweise doom spielst also ich bin okay du müssen vorher schlechtes beispiel weil du bist ja ein shooter aber wenn du jetzt so so ein gamepad game zockst im singleplayer dann reicht das ja eigentlich auch nicht dann reichen 60 ja so ja also ich hatte damals habe ich das auch ausprobiert mit 4k und bei mir hat das nicht so prickelnd funktioniert aber es war auch nur eine 1080 ti und wie lange ist das her letztes vorletztes jahr okay zwei jahre seitdem hat sich schon ein bisschen was getan wenn du sagst 1080 ti also der sprung das ist ja eben so das ist ja eben so das ding wenn du dir jetzt eine fette grafikkarte kaufst dann profitierst du nicht davon wenn du in 1080p oder 1440p spielst bei 1440p natürlich schon ein bisschen aber gerade bei den hohen hohen auflösungen das macht ja richtig sinn ja das stimmt aber dann bist du ja beim stream wieder mit capture device und des das welches capture device kriegt denn 4k 1440 durchgedrückt ich glaube das gibt es noch nicht ich glaube selbst die große mage wirtschaft die frage ist ob man das überhaupt braucht du ich habe damals auch einfach nur windows das signal dupliziert ja und über hdmi wurde dann einfach nur 60 fps weiter gedrückt und dass das screen tiering aus der unterwelt ein bisschen ja ein bisschen geht nee das geht nicht dann kannst du einfach nur eine obs version auf deinem gm pc mitlaufen lassen und projektor modus und ich weiß du wirst jetzt sagen ja der projektor modus hat aber auch seine nachteile weil er halt auch nicht so hohe bildfeldfrequenzen ja das kommt das das kriegt man aber in den griff also geleckt hat der bei mir nicht ja aber du hast dort keine vollen du hast da keine volle wie sagt man denn die wird da nicht die die volle bildmenge angezeigt also im sinne von frames ja dafür ist ja gar nicht ausgelegt ich habe früher genau dasselbe habe ich auch gedacht ach scheiße kannst du ja den playstation bullshit machst du einfach auf dem bildschirm dann brauchst du keine extra software installieren und das hat halt geruckelt wie jucke und das ist heute auch noch so wenn ich jetzt beispielsweise oben bei meinem obs gucke wenn ich autorennen fahre oder das leckt halt auch wie scheiße aber es kommt flüssig am streaming rechner an so denn das kannst du halt so ist halt früher mal eine lösung gewesen aber ich glaube heute ist das nicht mehr also ich weiß was du meinst die premium lösung wäre immer noch wenn beispielsweise der grafik karten hersteller direkt eine schnittstelle softwareseitig zur verfügung stellen würde die man per obs ndi oder was auch immer abgreifen könnte richtig ne also wenn der ich nenne es jetzt mal raw feed in anführungszeichen oder das reine bildmaterial weitergeleitet werden könnte und das könnte abgegriffen werden und solche was sagen wir haben vor ein paar jahren mal mit verantwortlichen von einem sehr grünen grafikarten hersteller am tisch gesessen und dann hört dann war jedes zweite wort nur shadow play geforce experience und egal was wir dann gesagt haben so viel ja das kann das aber nicht dann also es wurde uns dann relativ schnell klar dass dann gesagt wurde so naja so das interesse besteht nicht darin sowas zu entwickeln weil die zielgruppe die das nutzen würde ist halt zu klein ja ja klar ja die gruppe die zielgruppe ist ja auch ist ja auch zu klein und hat selbst wenn du jetzt bei den capture karten mal mal bei gehst guck mal wer hat denn so eine fels und fetten apparat also wer wer hat also ich meine du hast ja auch eine große mage mail sage ich jetzt mal aber wer hat das schon weniger die meisten leute geben sich ja mit ihren ist aber standard lösung zufrieden und jetzt mal jetzt mal butter bei der fische die standard lösung ist ja auch gut die ist ja nicht scheiße die ist nicht die ist in deiner qualitätsanspruchs welt nicht ausreichend das verstehe ich auch nicht das hat damit nichts zu tun ausfallsicherheit das ist nicht ausfallsicher also ich habe jetzt gerade so wirklich ich habe jetzt das allererste gerät in meinem rechner drin von elgato was nicht ein einziges mal ausgefallen das erste und ich habe sie die chemlink pro der ist noch nicht einmal ausgefallen ist bei mir ausgleiche außer dass der vierte hdm e slot nicht geht aber ich glaube das hängt damit zusammen dass einfach nicht genug pci lanes mehr da sind so dass der deswegen nicht nicht anspringen soll ich etwas sagen das wäre mal sehr interessant zu wissen ob das ob das damit wirklich zusammenhängt ich habe kein bock die schüssel auseinander zu bauen weil es mich einfach nicht tangiert und ich weiß aber da kommen wir automatisch hin ich meine das upgrade kostet wie viel dreieinhalb mit finch prime können sie blackbeard v4 finanzieren steigen sie noch heute ein die ja also es wird wahrscheinlich so sein ja dass das getestet wird aber also mich interessiert das auch warum der nicht geht aber nichtsdestotrotz ich hatte mit allen camp links problem ich hatte außer in der küche und in der küche liegt es nur daran dass die spannung von dem mainboard einfach dass die spannung auf dem mainboard nicht hoch sehr hoch ist du hast das aber in bei manchen geräten musste noch rumfummeln dass der die spannung nicht umstellt und dann sozusagen das usb einschläft und bei allen anderen geräten die ich hatte und eure unterstützung weil die sind alle ich bin weg tschüss aus peace schubi entweder nach einer stunde haben die rumgelegt oder irgendwelches dummes delay oder der treiber war absoluter schrott also ich habe wirklich sehr viel rumgefummelt auch mit aber media ich habe die scheiße einfach alles rausgeschmissen weil mich das einfach nur aufgeregt kann ich verstehen deswegen also ja menschen sagen immer dass alles funktioniert aber ich weiß ganz genau dass es nicht funktioniert und da bin ich mir ziemlich sicher weil für menschen nach einer stunde anderthalb das ding refreshen für sie irgendwann in normalität übergeht und das für sie dann in ordnung ist das gerät funktioniert trotzdem tut es aber nicht und davon gibt es ganz ganz viele menschen die sich gar nicht bewusst sind dass das eigentlich problematisch ist aber für sie das okay ist weil sie nicht genauso wie wenn du eine logitech 10 29 hast und musst jedes mal den weiß abgleich neu einstellen ja und das sind dann aber auch die menschen die dir sagen nee also warum soll ich mir den spiegelreflex kaufen für 400 euro ja genau deswegen oder das sind auch die menschen die dir sagen naja warum soll ich mir jetzt eine elgato kämpfe 200 euro kaufen ja wie also hä und weiter also was willst du mir jetzt damit sagen du kriegst keine alternative die dir den shit speichert hin und her dödelt und vernünftige bildqualität haben und dann kommen wir wieder zu dem punkt wie ist diese audrey cam orcic cam orcic irgendwas ja orcic 1080p cam ja ja also die schließe ich an und da funktioniert alles ja die sieht aber auch aus wie kotze und da kannst du dann nichts mehr einstellen ja die kostet aber nur 50 euro ja dann kannst du ja auch einfach aus dem laptop kannst du auseinanderreißen nimmst du die cam machst hinten usb dran weil die sind nämlich von haus aus und dann klebst du ja monitor hast du auch genau die gleiche kamera und hast weniger geld bezahlt die orcicam habe ich mir auch geholt die gab es für unter 30 euro im angebot oder sogar nur ich weiß nicht mehr was sie gekostet hat unter 30 unter 20 also peanuts wirklich peanuts habe ich gedacht komm für den preis holst du sie halt auch und die ist von der qualität her auf jeden fall über der logitech hat aber weitere einschränkungen ja also die kann man benutzen und die ist nicht schlecht aber die ist halt scheiße weil also die ist okay aber aber ich würde sie nicht zum stream benutzen sagen wir es einfach mal so ist ja auch also ich jetzt nicht ich sowieso nicht mir geht es halt immer bei an der stelle kommen ja oft immer die gespräche auf warum sollte ich das tun ist ja also zum beispiel wenn menschen sagen also in der heutigen zeit naja ich finde ich finde wie heißt das ding hier das helikon wie heißt das go xlr finde ich mega geil ja du hast noch nie was anderes in deiner hand gehabt oder es ist ja also per se ist es ein gutes instrument also wirklich für den preis und ich weiß auch dass viele leute jetzt wahrscheinlich schon fast an die decke gehen weil sie das triggern es ist schön und gut dass dieses gerät vorhanden ist und dass das da alles drin ist für den preis das negiert aber nicht dass darüber hinaus noch dinge existieren die einfach mal 200 fach geiler sind als die da und menschen also es gibt viele die hören irgendwann auf und sind an dem punkt wo sie stillstehen und sagen das ist hier der überschritt ist aber gar nicht also zum beispiel würde mir sorgen machen in der jetzigen zeit sachen zu kaufen dass die software entwickler weg sind das heißt also da gibt es schon sehr sehr lange keine software updates mehr erstens zweitens wenn ich das ding in der hand habe dann fühlt sich das an wie weiß ich nicht ein stück plastik wenn ich die slider hoch und runter schiebe habe ich immer das gefühl ich brauche muss gegen schnippen und dann fliegt er weg so das sind aber persönliche ansprüche die man die sich halt über die die sich über die zeit entwickeln und was ich halt immer an der stelle schade finde ist dass du immer dieses lager hast wo keine akzeptanz ist für dinge also zum beispiel bei der elgato cam dass das erste was mir einfällt warum soll ich mir für 200 euro eine webcam kaufen ja du vogel ganz einfach weil die scheiße einfach funktioniert die steckst du an du kannst deine settings machen die werden darauf gespeichert und das kostet verfickte 200 euro punkt es gibt kein vergleichbares instrument was das kann also selbst in der in der pandemie als alle mit videotelefonie angefangen haben hat die scheiße 100 10 920 hat 160 euro kostet oder was die gar nicht gekriegt so und das ist für mich immer so weird wenn ich dann das argument höre und das da platzt mir immer komplett dahinter ja dann gebe ich 50 euro mehr aus und dann habe ich hier auch eine spiegelreflexkamera an in welcher welt denn mit was denn mit zwei euro alibaba usb zu hdmi stick der aussieht wie kotze da brauchst du die kamera nicht ranstecken weil dann hast du mehr mehr bildverlust als alles andere wo das sind immer so gespräche da wäre ich immer ja ich weiß sieht aber aus wie kotze kann ich jetzt schon sagen ja was meinst du warum er hier in der tisch in der daneben liegt ja ist halt immer schwierig also ich meine auf dem budget bauen ist ja vollkommen okay also budget im budget zu bauen weil man nichts anderes zur verfügung hat ist vollkommen in ordnung aber menschen das so aufzuquatschen ist halt immer da wird es für mich immer ganz gefährlich da geht es bei capture karten geht schon los 4k egal du reichst vollkommen aus ja 50 mal abgestürzt 30 mal rechner weg 50 mal bild eingefroren baust matril ein nie irgendwas gewesen aber meinst du nicht dass es nicht so psychologisch gesehen genau das gleiche wie wenn jemand seine automarke verteidigt so du hast das jetzt gekauft und du willst ja nicht irgendwie schwach dastehen du willst ja du willst ja deine du willst ja mit deiner entscheidung als 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 gewinner dastehen oder als jemand der der auch weiß was er da gemacht hat so und dann verteidigst du es natürlich ist doch ganz normal warum denn so und am ende des am ende des tages hast du hast du absolut recht weil weil also den meisten leuten mich eingeschlossen fehlt natürlich die auswahl möglichkeit ja ich habe auch schon mal in einer band gespielt ja ich habe auch schon mal ganz anderes audio equipment gesehen in einem studio und ja ich habe auch schon mal so ich sage mal über den tellerrand hinaus geblickt aber im normalfall wenn du anfängst zu streamen und hast ein bisschen spaß dran und dann guckst du dich um was haben die anderen denn dann orientierst du dich ja meistens an deiner bubble und dann siehst du oh der hat einen schuh sm7b oh der hat die elgato keylights oh der hat die sony 5800 fuck die kriegen wir nicht mehr was kaufe ich mir denn jetzt so ne so das ist ja der normale weg wie man wie man da so rein wächst und dann kommen ja auch die gedankengänge so von wegen ah fuck das ist aber ganz schön teuer und dann brauchst du eine capture card und dann hat da was von einem akkudummy gefaselt so ne so die richtung also ich sage dir wie es ist ich finde die elgato facecam ich hatte ja das problem dass sie immer eingefroren ist und ich habe betreibt jetzt seit einer woche als zweit cam und sie funktioniert ohne probleme und das lag bei mir ich weiß nicht woran ich habe sie mit einem anderen kabel probiert da lief sie dann ist sie auch mit einem anderen kabel einmal eingefroren ich habe sie jetzt an einem anderen host controller angeschlossen also eine extra piece express karte und auch da ist sie einmal eingefroren und jetzt tut sie das seit wochen seit einer woche halt gar nicht mehr so also es ist halt für mich auch schwierig da so eine empfehlung auszusprechen und zu sagen so die ist top weil weil ich ja weiß dass sie bei mir an zwei computern eingefroren ist und einem dritten computer gar nicht ne und so was du sagst mit der bildqualität die bildqualität ist auf jeden fall weit über der logitech c29 du kannst sie super einstellen und das geilste ist wie du schon gesagt hast du speicherst die settings halt auf dem gerät selber also das ist wirklich ein allein schon also das ist ein alleinstellungsmerkmal für eine usb webcam die seinesgleichen sucht du brauchst keine software einmal eingerichtet auf deine lichtverhältnisse nie wieder anfassen ja das ist top wegen der wegen der automarke ich denke es ist nicht es ist nicht schlimm zu sagen ey okay scheiße es gibt was besseres so also wenn jetzt wenn jetzt jemand zu mir sagen würde du nils ich glaube ähm du hast mit deinen ganzen sony kameras ein bisschen übertrieben hier als beispiel hast du eine zcam und die kann alle diese funktionen beispielsweise hat sie nicht also darf man mal abgesehen und der würde sagen hier das würdest du für 400 euro kriegen würde ich sagen okay kacke aber dann kann ich also für mein teil kann sagen nur wenn wir es jetzt anhand von von kameras machen würden ich benutze mein leben lang sony bin da wahrscheinlich auch irgendwo ein fanboy drin und kaufe mir die sachen ein trotzdem ist es valide wenn menschen das anbringen wenn es denn ident von der qualität ist aber man hat ja in der heutigen also jetzt wirklich in der in der jetzigen zeit ist es ja nun mittlerweile so dass menschen anfangen äpfel mit bären zu vergleichen also schon allein dieser also der kämmling verglichen mit alibaba schieß mich tot so dieser vergleich ist einfach schon der ist der ist so unsinnig weil schon alleine die farbtiefe weil die farbtiefe unterschiedlich ist der farbraum ist unterschiedlicher dieser ganze kram deswegen kostet die scheiße ja auch mehr als die andere so und wenn du dich da hinsetzt dann ist es vollkommen legitim ein für zwei euro zu kaufen wenn dir die qualität ausreicht das negiert aber nicht das andere produkt und seine daseins berechtigung so und dass du den ganzen bullshit wie bei bei apple logischerweise alles in dem ekosystem benutzen kann das fällt dann immer weg so und dann sitzt du halt immer da und denkst du na rede ich mit einer wand was vergleichst du denn jetzt hier gerade also was soll das denn das ist doch quark oder wenn jemand um die ecke kommen warum holst du dir denn kein go xlr für dein racing pc und lässt die strippe die usb strippe von einem großen mischpult weg und dann sitzt du da und denkst du so warum warum soll ich denn das tun ich habe hier in 800 euro mischpult und dann stehe was dasselbe kann und viel mehr in noch viel viel besser also wozu denn das heißt aber nicht das heißt jetzt aber nicht dass ich menschen sagen würde naja leute wisst ihr das go xlr ist eigentlich kacke weil das go xlr für das geld was du bezahlst gut ist es ist qualitativ nicht mein anspruch aber es ist gut für das was es kann heißt aber auch nicht auf der anderen seite dass das gerät was ich mir jetzt verbaut habe dass das andere negiert so das ist ja immer dann eine preisfrage heißt aber auch nicht heißt aber auch nicht dass ich bis aufs blut das verteidigen würde weil ich könnte verstehen wenn du mir jetzt sagen würdest naja jetzt ganz ehrlich was soll ich mit 30 ein und ausgänge was soll ich mit dem ganzen usb plunder was soll ich mit dem ganzen wireless bullshit so ich brauche das ja nicht mir reichen go xlr dann sage ich dann alles klar kauf doch da ein alles ist doch oder man sucht eine alternative ein kleineres oder was auch immer aber die gespräche atmen in letzter zeit also nicht in letzter zeit aber je älter wir werden atmen die immer so in so sinnlose argumentationsketten aus ja so auf dieses rumdiskutieren da habe ich auch keine lust das ist das ist mir auch egal wer was benutzt so ich benutze das worauf ich bei mir bock habe und wovon ich überzeugt also was ich ausprobieren möchte ich probiere auch ganz gerne mal was aus ne also jetzt wie gesagt dieses wafel excel-eating mir ist bewusst dass das dass das bis zu einem gewissen grad für mich auch ein kleines risiko ist das so aufzubauen ne weil thema ausfallsicherheit ne du verlässt dich dann auf ein usb gerät womit deine stimme in den computer kommt und usb geräte bin ich halt nicht so ein großer freund davon aufgrund meiner erfahrung der vergangenheit und bei dem thema von dem go xlr mal zu bleiben ich finde das gerät grundsätzlich sehr gut für den preis was es kann ich habe selber noch nie in der hand gehabt deshalb kann ich da wenig zu sagen aber wie du auch schon gesagt hast soweit ich das verstanden habe jetzt keinen nachfolger davon geben da gibt es immer wieder gerüchte dazu ob es doch was kommt oder nichts kommt oder sowas was wohl daran liegt das und jetzt korrigiere mich du weißt das besser ähm dass die menschen die das entwickelt haben nicht mehr teil dieser firma sind genau die machen ihr eigenes ding gerade die machen genau die machen ihr eigenes ding so und da ist dann steht und das kann halt noch ewig dauern bis da das nächste ding kommt und dann und dann ist es halt schwierig dann je aus wenn man diese informationen hat oder zumindest denkt man weiß was da jetzt gerade passiert ähm zu sagen so ja das ist eine gute empfehlung weil dann hast du halt alles aus einer hand äh wenn jemand sich so ein teil kaufen will und will halt fünf sechs zehn jahre damit ruhe haben so oder vielleicht vielleicht kommt bei windows 11 äh brauchst irgendwie eine software anforderung und es dauert monate bis ein update kommt so ja wir wollen es nicht hoffen und wahrscheinlich wird das auch nicht passieren aber die möglichkeit besteht ja also ich habe das das beste beispiel daran entschuldigung wenn ich da kurz reinrede was mir sorgen machen würde wäre windows 11 usb sound irgendwelche komischen updates und da kommt keine keine treiber mehr du bist halt gefickt was willst du machen was willst du machen hier da ist nichts mehr ja hast du für 300 augen gerät da stehen und kann er entwickelt daran mehr was und das ist der einzige grund warum ich jetzt aktuell sagen würde weil überlegt habe ich auch schon mal mir ein zohlen und das mal auszuprobieren weil die usb funktion ist ja wirklich schon lecker im jamm 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 so why not hast du spielekram regler und so ein shit alles einfach mal zum ich wüsste zwar nicht was ich damit will aber vielleicht für die küche oder was weiß ja gar nicht ich habe da gerade so eine so eine so eine kleine leuchte über deinem kopf aufgehend sehen so gedingen oh ich muss kurz mal was gucken ich wollte gerade was ich sehr interessant finde welchen aufwand leute betreiben um zu streamen egal ob viel oder wenig zuschauer das ist aber eine andere kategorie eine andere schublade ich habe man sieht egal also gerade auch bei 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 den sogenannten small streamers also mit wenig zuschauern siehst du leute die teilweise für mehrere tausend euro equipment da stehen haben so und wenn du dir das leisten kannst wenn du das wenn du dafür geld ausgeben kannst und das ist ein hobby von dir ist oder sowas na mach es hau voll raus kannst du machen kannst du kein ding machen aber es ist ein trugschluss anzunehmen dass nur weil du eine bessere bild oder auch tonqualität hast dass dir dann mehr leute zugucken also den meisten fällen gucken die leute wegen personalität zu ja eine gute tonqualität müssen wir nicht drüber reden ist wirklich wirklich geil und keiner hat mehr bock dass du dir so ein so ein billow headset auf den kopf hast mit der mit der üblichen miesen soundqualität so dass das das da hört man auch nicht gerne zu keine frage aber bist du jetzt quasi der überflieger der ein paar tausend zuschauer halt irgendwie hat ist es scheißegal ob du dein ob dein stream mit einem letzten billig handy gemacht wird weil da guckt man halt eben nicht wegen der qualität zu und das alles passt sondern weil du halt eben der bist der du dann halt bist so so und ich habe das schon oft gehört in der vergangenheit die letzten jahre dass man dann doch sehr enttäuscht war obwohl man so viel geld in den stream gesteckt hat dass das da nicht der durchbruch kam oder dass nicht mehr zuschauer hängen geblieben sind so das interessiert die zuschauer nicht ja man ist eine gewisse grundqualität gewohnt und das wird dann auch angenommen dass das dann halt gemacht wird aber es zwingt dich keiner in 1080p60 zu streamen oder dennoch extra ein streampizze hinzustellen auch weil das ist natürlich schön auswahlsicher und das ist auch für mich jetzt demnächst wieder sehr schön dass man halt eben sein game pc mal wieder neu starten kann oder mal irgendwas rum basteln kann oder so ne das werde ich auf jeden fall genießen aber ähm brauchen nein du brauchst ja gar nicht also man sollte sich immer bewusst sein also wirklich jetzt man sollte sich immer bewusst sein dass wie jim schon sagt du brauchst davon gar nichts du brauchst keine du brauchst nicht mal eine kamera du musst ja nicht mal sich selber darstellen wenn du wenn du unterhaltsam bist dann kannst du machen was du willst wenn du aber diese knete ausgibst dann sollte es für dein hobby sein und für dich selber aber nicht für den stream weil das bringt dir gar nichts wenn dein stream und das klingt jetzt so hart wie es ist und damit meine ich mich auch selber jahrelang wenn dein stream scheiße ist ist dein stream scheiße da kannst du noch was für eine scheiße da kannst du ein scheiß lamborghini in der büro stehen haben da interessiert kein schwanz wenn du langweilig bist bist du langweilig auch in full hd bist du immer noch langweilig und du klingst auch immer noch genauso egal ob du klingst wie whitney houston herself das interessiert auch kein schwanz wenn du langweilig bist interessiert halt miche ich habe mal eine zeit lang war das mal so bei so einer bestimmten gruppe so ein bisschen irgendwie angesagt dass man an die webcam position hat man so ein bild von einer von einer leicht bekleideten dame ja halt eingeblendet und die eigene facecam war zwar auch zu sehen und so weiter und dadurch dass man das in der vorschau gesehen hat sind vielleicht ein paar mehr leute bei den bei diesen menschen halt reingegangen und die waren also der erste effekt war halt oh es hat funktioniert es gucken mir mehr leute zu und der zweite effekt war alle waren wieder weg weil die erwartungshaltung wurde halt nicht erfüllt so ne ja konnte konnte nicht delivered werden so nun aber dann bist du full hd langweilig ja dann bist du full hd langweilig ja das bringt ja auch nichts das wird mein streamtitel morgen sein full hd langweilig der ist gut ja full hd 60 langweilig aber das ist halt so wenn ich da wenn ich mal an mich selber denke ich habe jetzt so angefangen mit keine ahnung mit dem i5 und was heute da ist es halt ja also mir fällt halt immer mehr auf dass man das gar nicht brauche es ist halt so komfort es ist halt einfach komfort den man den man irgendwann hat so und also ich kann auch menschen mittlerweile verstehen die das nicht machen also das war früher für mich immer super schwer nachvollziehbar ist heute manchmal auch noch relativ schwer nachvollziehbar dass man dass man das nicht unbedingt hat mich triggert das aber aus der unterwelt ich sag so wie es ist ich habe letztens mit sonja also milchbaum ihre sachen eingerichtet ich habe fast mein handy vom balkon geschmissen ehrlich also wirklich im hohen bogen konnte mir das nicht angucken ne dann bei jen habe ich das auch gemacht das ich krieg da das für mich also es gibt wenig sachen die mich triggern aber da muss ich mich echt immer zu also ich telefoniere nur noch so und dann lasse ich mich jetzt beschreiben weil das woran hat es gehapert oder was passt denn nicht nur mal so kleiner spoiler naja was ich halt immer an der stelle nicht also ich mag alle also ich habe mit denen immer kein problem aber dass die alle immer kein geld ausgeben wollen für ihre zuschauer das regt mich immer übelst auf da raste ich immer aus dann sagst du denen ja musst du vielleicht wenn du das schuhe 7m das schuhe benutzen wir 7 ne sm 7b dann wäre vielleicht mal nicht schlecht wenn du noch einen cloud lifter benutzt damit das nicht klingt wie scheiße was 135 ja okay ja die andere hat das auch nicht ich sag ja der andere benutzt das ja aber auch nicht im vollen vernünftigen umfang so wie es eigentlich sein sollte boah das ist mir viel zu teuer also nur kurz um reinzunörden der cloud lifter oder auch ein fettet der hebt halt quasi also der der pusht das signal ein bisschen er macht so und so viel decibel mehr 22 25 27 decibel mehr genau also der cloud lifter ne so in der richtung das ist also quasi wie so eine art verstärkung und bei mikrofonen die sehr leise sind also zum beispiel dass das mein mikro ist auch relativ leise ne aber nicht so leise wie das schuhe sm 7b da macht es sinn dass man nicht nur in der live situationen sondern halt auch hier eine in anführungszeichen studio situation dann halt noch so eine art vor verstärkung hat oder du hast halt ein wirklich ein fettes mischpult mit wirklich guten lauten in anführungszeichen starken vor verstärkern drin die das dann ausgleichen und wenn du dann das nicht hast dann aber dich dann wunderst warum dein mikro dann doch irgendwie rauscht so dann wird es halt schwierig ne mal ja das ist ja das ding die sitzen halt alle da weil es auch gerade jemand äh bei mir im chat schreiben das heißt cool xlr hat und hätte es nicht hätte es ein grundrauschen und dann sitzen die leute immer da da warum rauschen das so und dann sitzt du da und denkst du so ich hab dir doch gesagt kauf das ding damit du das nicht hast oh das finde ich immer so schade also das ist so das einzige was mich wirklich ein bisschen triggert dass die menschen einfach nicht nicht mal den kleinsten komfort sich holen sie haben noch nie im leben an die sind so oh geil komfort ist ja komfort ist ja richtig lecker das verstehe ich immer nicht ich meine brauche ist es halt wirklich nicht bräuchtest du nicht also ich meine in forsen könnte wahrscheinlich auch mit mit einer 10 oder 20 und immer noch hat er glaube ich immer noch sein komisches gurkenheadset auf so ist alles okay ist cool aber es ist halt auch irgendwann so sein ding weißt du ja das ist natürlich deswegen macht er das auch sonst wird es ja irgendwann auch noch mal upgraden so ähm ich meine überleg mal wie lange es hamid mit einem mit einem steel series siberia v2 gestreamt hat ewig und drei tage oder mit einem headset so das hat ja auch länger gedauert bis das gemacht hat so aber das ist ja auch nicht jetzt ist ja auch nicht dazu da wie sagt man denn also es ist halt schon der komfort den du dir dann damit besorgst so und die leute regen sich halt aber auf wie viel wie viel menschen da draußen wie viele menschen da draußen stellen immer noch vor jedem stream ihre logitech 10 oder 20 jeden tag und sie geben sich immer und immer wieder darüber auf und beheben es nicht du redest jetzt aber über menschen die täglich streamen und nicht nur als hobby ja es gibt auch menschen die als als hobby dieses dieses ganze machen und dann können die sich ja trotzdem sag ich mal also jetzt geht's ja mit der elgato cam kannst du ja trotzdem dieses problem weg machen so also ich weiß ja vielleicht bin ich ja ich weiß nicht ob ich da vielleicht eine andere zunft mensch bin aber probleme sind da um sie zu lösen und nicht sich drei jahre darüber aufzuregen also alles was bei mir nicht funktioniert wird instant behoben weil ich das einfach nur bei also sagen wir mal nee weil mich das einfach belastet so und die logitech kamera ja ich glaube ich ja habe ich mich damit rumgeschlagen und dann war die weg 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 war sie und dann habe ich mit der mit der canon hier legere habe ich gestreamt war mir auch war mir scheißegal hauptsächlich war weg damit ich nicht jeden stream vorher weiß abgleich einstellen muss warum bist du so blau heute ich habe vergessen den weiß abgleich einstellen der green screen funktioniert nicht der weiß abgleich ja zum kotzen kenne ich auch noch green screen mit 10 oder 20 benutzen da wird mir ja alles fehlen alter aber aber vergiss nicht dass gerade sagen wir mal für fünf sechs jahren oder sowas da gab es gar nicht so diese große auswahl das stimmt es gab es gab kaum usb webcams es gab welche es gab ein paar von hp es gab ein paar china handys es gab ein paar china webcams und es gab halt ein paar von logitech und egal was logitech rausgebracht hat es war also für mich nie gut ich habe alle ausprobiert ich habe mir immer alle neu gekauft und jetzt mache ich einen cut wenn logitech eine neue cam rausbringt kaufe ich sie mir nicht mehr weil geht halt nicht was logitech auch sehr gut kann sie sie rebranden das produkt immer wieder das ist unfassbar dann es gibt von der logitech c920 gibt es bestimmt fünf oder sechs verschiedene versionen ja dann hast du einmal so eine plastikklappe davor neues neues modell dann wird es halt vor gamers oder vor streamers rausgebracht so ja es ist derselbe sensor es ist dieselbe kamera die selbe scheiße grün ja und du kannst immer noch nicht einstellen nein natürlich nicht und was welche kann man mich am meisten triggert und das weiß mein chat auch dass die logitech brio also die hat mir ich glaube also einige graue schläfen hier eingebracht ja also die hat mich wirklich wirklich geärgert ich habe die zweimal gehabt die erste habe ich mir selber gekauft direkt als sie angekündigt wurde habe ich die mir auf der logitech webseite direkt bestellt für 170 euro glaube ich weil das halt eine kamera sein sollte laut aussage logitech 1080p 60 fps und das konnte sie auch irgendwie aber sie sollte außerdem noch 4k können und dann installierst du die und richtest alles ein und denkst dir so oh geil da 4k 4k es geht es geht es geht startest ein pc neu danach fehlt diese option die die ist einfach die kann es halt einfach nicht nicht und nicht unter nicht mit dem mit der mit der windows kamera software windows kamera app oder sowas nicht in obs nicht in irgendwas nicht in der original logitech sie kann es halt einfach nicht ja und es fehlen auch irgendwelche farbräume oder irgendwie so ein scheiß das wird einfach nicht dargestellt ich habe das auf ich weiß nicht wie vielen computern ausprobiert und die kamera kann es einfach nicht egal welcher anschluss egal also egal welcher usb anschluss egal welches kabel egal 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 was einfach einfach nicht gut und jetzt kommt der eine also bei mir funktioniert das einwandfrei ja es gibt sogar es gibt sogar mehrere leute bei denen die funktioniert kennt hier cracky von ravioli zum beispiel und auch die ganzen jungs von ravioli die die kamera benutzen die sagen dann naja du musst halt den richtigen usb port finden und ich denke mir so jeden usb port an meinen computern ausprobiert es kann durchaus sein dass meine gesamten mainboards nicht wirklich kompatibel dazu sind aber dann darf doch eine firma wie logitech dieses produkt nicht so verkaufen sondern das muss doch dann ein hinweis darauf sein von wegen so naja du kannst unter bestimmten anschlüssen wenn das und das und das gewährleistet ist dann funktioniert das aber ansonsten ist fallback auf 1080 irgendwas mehr geht dann halt irgendwie nicht so und ne also also und bei denen läuft die kamera auch und wirklich ne es gibt genügend leute bei denen die brio auch funktioniert und die macht auch eigentlich ein ganz okayes bild was bei der brio halt auch witzig ist die wird halt von haus aus sehr warm wenn man die 60 fps laufen lässt und das gesamte gehäuse ich glaube das ist so eine keine ahnung magnesium verbund legierungsscheiße oder ich weiß nicht was das für ein gehäuse ist irgendein so ein ding oder so ein druckguss das ist der kühlkörper und der wird halt auch sehr warm und das ist immer schon ein schlechtes zeichen so dann habe ich die kamera noch ein zweites mal gehabt und dachte so geil neue version neue revision vielleicht ne war meine einfach nur ein bisschen buggy weil es aus der ersten aus der ersten satz war sozusagen ne und nein die gleichen fehler zwei jahre später ja aber das war halt die logitech brio stream cam edition oder so ich hab zwei 10 oder 20 jahre habe ich beide verschenkt beide weggegeben für verlauch habe ich nicht irgendwas soll ich dir da hier nimm nimm mit bei mir gibt es vielleicht ein video auf meinem kanal dass man auf twitch nicht mehr live nachstellen dürfte wie ich vielleicht einmal eine logitech cam erschossen habe mit airsoft oder mit einer airsoft ja da habe ich von einem zuschauer ein paket bekommen so ein zombie survival paket da war alles mögliche drin total geil das ist bisher bisher das ungetoppt geilste paket das ich jemals bekommen habe da waren dann alle möglichen sachen drin die man für so ein zombie survival braucht ne von von einem regen poncho bis hin zu hier so einer konservendose spam ne kennt man ja und unter anderem war dann auch so eine einfache airsoft drin so und dann dachte ich so ja gut auf so eine webcam schießen was kann da schon passieren da ist ja eh eine plastiklinse vor ich schieße da vor selbst vor der logitech 29 ist quasi eine sicherheitsglas ja kleines plättchen vor und naja das sah halt dann schon sehr scheiße aus wie das kaputt gegangen ist aber die kamera hat überlebt im ersten step das ist wirklich also es ist eine frechheit dass die scheiße immer das ding ist halt weißt du logitech baut immer noch dasselbe beschissene drecks lenkrad was früher geil war heute neu auflage 520 komma 12 und es ist immer noch derselbe scheiß da drin die kamera durchweg ich glaube logitech hat so nicht ein einziges mal gekriegt also würde ich mir anmaßen zu sagen dass die auch das immer noch nicht geschafft haben dass sie ihre kameras einstellen können auch nicht mit der wunderschönen von der schümerin mit der sie da jetzt werben funktioniert die scheiße wahrscheinlich immer noch nicht haben sie irgendwas neues gemacht außer tastaturen und äh mäuse ich glaube nicht der rest war immer alles müll findest du die logitech tastaturen und mäuse gut ich habe die nicht benutzt ich weiß nicht ich bin halt so seit weiß der geier wie lange schon mit corsair sachen unterwegs und ich habe wirklich ohne scheiß also headsets wenn ich jetzt überlege da ist immer die ohrmuschel irgendwie abgebrochen oder mikrofone waren komisch kameras weißt du wie viele menschen also du weißt das 100 pro weißt du wie viele menschen denen schon geschrieben haben dass sie bitte die verfickten settings speichern wollen von der kamera alter da kannst du bis in 2012 zurück ins internet gehen da gibt es die ersten forum threads dazu bis heute darauf geantwortet bis heute ja ja klar überleg dir das bei logitech bei logitech im offiziellen support forum hat dann 2012 jemand geschrieben euer weiß abgleich funktioniert nicht in der software also wenn ihr normales support ticket aufgemacht oder normale support anfrage und der admin hat dann zurückgeschrieben unironisch so ja das geht schon aber muss halt eure unsere software muss man mit admin rechten starten und das ist die offizielle aussage von logitech halt es gibt mir nicht mehr dazu ja ich habe früher sehr sehr gerne die die mäuse von logitech benutzt also vor der ich sag jetzt mal typischen internetzeit so also bevor das mit youtube losging und dem ganzen ansteigt dann ich war ich ein echt großer freund davon und ich glaube ich glaube nach wie vor dass die mäuse und tastaturen also die ich bisher in den finger gekriegt habe die finde ich auch noch super keine frage aber was so webcams angeht schwierig diese eine tastatur zum aufklappen ich glaube die die war auch von loti diese graue das war glaube ich der shit ich weiß nicht wie die heutigen sind keine ahnung aber die sind die sind echt krass ja schwierig sehr sehr schwierig aber warte mal warte mal schlimm genug das ist so streaming coaches irgendwelche github skript empfehlen um die cam konfig zu speichern und mit einer exe jeden tag wieder neu zu laden problem aber kreativ um umgang okay mein chat sagt die tastatur die mainz war die g15 die habe ich nicht gehabt genau die g15 welche webcam empfiehlst du sollte jetzt mal ohne scheiß ne und das meine ich wirklich tod ernst gerade tod ernst sucht euch einen alten laptop ob den auseinander nimmt die kamera raus habt ihr die an dein monitor macht dann kabel dran steckt das an den rechner reicht völlig aus kostet fünf mal ehrlich jetzt meine ich wirklich ernst twitch prime ist diese diese kamera module kannst du auch bei ebay oder oder bei aliexpress kaufen oder oder das ja also kannst du auch machen da gibt es genug videos die das die das möglich machen ist nicht das geilste also es ist wirklich ich wollte gerade sagen die bildqualität wird dann schon eher bescheiden es reicht halt für es reicht halt völlig für den anfang also es reicht halt wirklich für den anfang bevor du denn nachher 200 euro für deine erste webcam ausgibst kannst du dir sowas halte holen weil mit der scheiß logitech hast du nur stress mit microsoft genau dieselbe kacke und diese orky diese orky sache ist genau dasselbe microsoft wie hieß die kamera noch live hd oder so weiß ich nicht live cam live cam live cam hd ich habe auch noch so eine ich habe noch eine richtig gute 720p webcam das war meine allererste die habe ich aber nicht zum streamen benutzt das war so war so irgendwie mit irgendwem wollte ich dann video telefonie machen vor weiß ich nicht wie viele jahren und dann habe ich die mediamarkt neben saturn es gibt ein erkennst du den laden medimax ja da gibt es bin ich in medimax gefahren das war der nächste laden bei uns und da habe ich mir diese kamera gekauft für ich glaube 50 euro oder so habe ich nach hause gefahren und dann guckst du halt auf die verpackung und denkst du so gute kamera so schöne bilder da drauf so schließe an und denkst dir so das kann jetzt nicht deren ernst sein also zwischen präsentation und mein gott das war eine kamera aber sie funktioniert auch heute noch hier ich habe sieben jahre die c 270 und noch nie probleme gab ja wahrscheinlich hast du noch nie weiß gleich aber weiß gleich eingestellt oder nicht settings reingeguckt oder du bist wirklich ein ganz besonderes unicorn was vielleicht sein kann weiß ich nicht keine ahnung also ich hatte davon jetzt so viele dinger und mit so vielen leuten darüber gesprochen und alle hatten dasselbe also ich bin fast der meinung ich kann mir nicht vorstellen dass das nicht der fall ist dass das bei dem funktioniert glaube ich nicht also wenn man als wenn man nicht wenn der anspruch halt irgendwie ist die kamera muss nur laufen und ein bild bringen dann sind diese kameras völlig okay da müssen wir nicht drum herum reden und wenn man die logitech 1029 für für ganz normal video calls braucht weil der chef das halt haben will und du kriegst das ding halt gestellt oder du kriegst es halt billig hinterher geschmissen ist das ding völlig okay hast du aber das ding zum streamen und möchtest halt die bestmögliche bildqualität haben und reproduzierbar jeden tag gleich dann wird es schwierig dann wird es in der logitech welt wirklich schwierig so also ich maße mir nicht an dass ich alles verstehe aber ich habe halt jede einzelne scheiß kamera von logitech der letzten jahre gehabt und das war ich hätte meine zeit auch anders verbringen können das habe ich mir bei so vielen dingen schon gesagt so ich hätte meine zeit schon mit windows ist immer wieder das beste beispiel was ich früher vorhand durchsucht habe und dies das ananas nach problem lösungen rec edits den ganzen scheiß was ich in meiner lebzeit an zeit verschwendet hat für den bullshit so viel also gerade als das mit dem streaming rechner los ging was habe ich mich mit der hardware media live gamer extrem leid wie auch immer die scheiß eis rumgeärgert alter falter also diese diese capture karte hat bei mir eine zeit lang echt gut funktioniert und eine zeit lang echt gar nicht funktioniert und mein highlight war so von einem auf dem anderen tag ist sie hat einfach kein bild ausgegeben und diese led leuchtet hin an an farbe und ich habe alles versucht und die das gab alles neu gestartet alles resettet alles neu installiert blablabla keine chance nichts geändert am nächsten tag eingeschaltet lief und du steckst halt einfach nicht drin zum thema zum thema kamera kam aus meinem chat gerade noch wie wäre es wenn man einfach eine cam aus dem handy nimmt also die sache mit den handy cams die gibt es das geht ja auch schon seit ein paar jahren das ist ja nicht erst seit gestern dass man mit droid cam oder anderen tools halt per usb anschließen oder auch per wlan oder wie auch immer das ganze runter ziehen kann also ich habe immer früher bei den handys gesagt die ich habe hätte da so meine bauchschmerzen wenn du sagen wir mal so im schnitt fünf sechs acht stunden am tag streamst du machst das einen ganzen monat was passiert dann mit dem handy akku wenn der permanent ein bisschen entladen wird und wieder geladen wird und wieder weißt du und das ist so eine dauerschleife wird der warm können die handys das ab i don't know ich da bin ich kein experte drin und es gibt ein paar leute die mir natürlich bestätigt haben nee ich habe noch ein älteres handy genommen und das funktioniert auch ganz gut aber da habe ich wirklich keine erfahrung drin weil natürlich macht ein handy in der regel also auch direkt die die richtige kamera ausgewählt macht natürlich schon ein gutes bild keine frage und wenn das funktioniert dann funktioniert das halt ja ich habe meine allererste 5100 habe ich zum beispiel grill da habe ich den sensor hobby genommen wie hast du es geschafft dauerbetrieb die 5100 hau ja irgendwann lässt das ding halt auch mal nach wenn du zehn zwölf stunden das ding am tag läuft ja habe ich seit jahren also ja wenn man da so hinter greift man merkt schon dass da eine gewisse temperatur herrscht na und es gibt auch auch das ist auch witzig wenn man wenn man nach diy projekt für die sony 5100 sucht findet man dass man da so hinten so kühlrippen aufkleben kann und so eine scheiße habe ich aber nicht gemacht weil das bezieht sich hauptsächlich auf den movie modus also wenn man damit die kamera hat ein problem wenn du damit wie logs aufnehmen willst dann überhitzt sie sehr schnell so ungefähr nach einer viertel stunde schaltete sich aus wie man das von handys auch kennt wenn die zu heiß werden dann sagen die einfach so ups ja sorry geht gerade nicht mehr musst du dich erst abkühlen und das war auch das größte problem oder die größte sorge die ich hatte als ich mich mit der sony 5100 beschäftigt habe und alle streamer haben mir dann gesagt so nein gar kein problem und habe ich schon gesehen dass die die kamera bei denen nur in 30 fps lief und dachte ich so naja wer weiß vielleicht hast du das problem ja nicht oder vielleicht hast du doch dann habe ich meine ersten vlogs damit aufgenommen die kamera ist ausgegangen ich habe die kamera als streamcam benutzt keine probleme selbst bei 40 grad außentemperatur wenn es richtig stickig hier drin war nie ausgefallen kein einziges mal habe ich auch schon hingekriegt habe ich die habe ich auch schon hops genommen also hier sind alle bis auf die neue sind alles schon mal wegen hitze ausgegangen krass ja das sind auch da hat auch elgato schon vor jahren echt gute kompatibilitätsliste netz gestellt also auf ihrer webseite wo man nachlesen konnte welche kamera überhaupt als kompatibel eingestuft wird weil sie zum beispiel clean hdmi output hat die seite wurde auch aus dem reddit immer verlinkt irgendwie also von elgato und die findet man heute noch die ist sogar mittlerweile richtig gut erweitert worden und da kann man halt irgendwie sehen okay du hast eine kanon kamera alles klar die kanon kamera hat clean hdmi out aber du kannst sie nicht im dauerbetrieb benutzen ja oder sie überhitzt oder 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 richtig gutes teil weil wenn du jetzt zum beispiel so eine dsr oder oder keine ahnung in der systemkamera halt benutzen willst du es gibt halt so mehrere sachen auf die man achten soll erstens hat sie einen hdmi ausgang wenn ja kann man über den hdmi ausgang clean ausgeben oder hat man diese typischen anzeigen von einem von der kamera damit drauf also die iso keine ahnung und den ganzen anderen werte sowas in der richtung und dann kann man sie irgendwie im dauerbetrieb benutzen also gibt es eine möglichkeit dass man sie zum beispiel per usb mit strom versorgt das geht zum beispiel mit den neuen kameras in der regel ganz gut mit den alten aber eher nicht so also manche gehen die meisten aber nicht und dann kann man beispielsweise mit dem akku dummy nachhelfen da baust du dann halt also kann gibt es von original hersteller oder halt eben diese china böller zum zum nachbestellen da steckst du halt so ein akku halt rein der kabel verbunden ist und das kabel geht halt in netzteil und versorgt die kamera permanent mit strom ja spannung mit spannung sagt man ja so und wenn diese drei kriterien erfüllt sind ist es eigentlich also dann kann es halt immer noch passieren dass die kamera einfach überhitzt weil so ein großer sensor produziert hat auch ein bisschen abwärme ja ja das ist schon ganz cool die 6400 die hat das auch regelmäßig gemacht am anfang ja jetzt macht das nicht mehr bist du da mit den werten runtergegangen und hast du getunt nö ich habe sony war so clever die haben mittlerweile überhitzungs modus drin das heißt den kannst du reinmachen dann läuft das ding länger und ich gebe nicht mehr in 4k aus live preview obwohl ich das gerne wollen würde aber es geht nicht wird halt so warm bei dir fand ich am spektakulärsten als du diese z1 kamera hattest so dieses okay du rollst schon mit den augen okay okay aber ich fand das wirklich beeindruckend weil das war halt das wäre halt so wenn alles funktioniert hätte du kannst mir gleich erzählen wäre das ja quasi die beste lösung gewesen oder also das war das das war das schärfste bild was ich je gesehen habe also wirklich habe noch nie eine kamera gesehen die so ein scharfes bild also das ding bräuchte hätte theoretisch anti leising gebraucht so scharf war das ohne witz also wirklich kein witz du hast jedes barthaar konntest du einzeln zählen ehrlich das war richtig krass aber was hat wieder was haben sie wieder nicht gemacht autofokus im live also in der live preview gibt es nicht in der aufnahme ist es drinnen aber bei hdmi out ist es nicht drinnen das ist bitter ja das war richtig scheiße richtig kacke war das sage ich dir ich habe sie immer noch hier ich kotze ehrlich ich kotze sie ist so geil aber ich kann sie nicht verwenden es ist so nutzlos dieses ding weil du kannst sie jetzt nicht mal als zweitkern benutzen aber so zum quatschen weil musst du ja jetzt mal den fokus einstellen aber das ging das schlimme ist denn du kannst den fokus nicht am dings einstellen geht auch nicht du musst jedes mal mit der app connecten nee nicht mal du musst du musst mit wlan auf das ding connecten um sie dann scharf zu stellen dann benutze doch in deiner küche als top cam ja bringt ja nichts ich musste ja jedes mal wieder auf den fokus stellen ach so ja das ist natürlich abfakt klar ich muss mich jedes mal damit du ganz ehrlich wenn die wenn das weit genug weg wäre so in der range wo es einfach automatisch fokussiert wäre dann hätte ich dir schon angezimmern aber geht halt nicht ich meine ich kann es mal probieren ich kann es mal probieren ob ich das ob ich die so hoch kriege dass die automatisch also dass sie standardmäßig fokussiert ist aber das ärgert mich wirklich so sehr weil die kamera ist schön klein kompakt da ist so ein sigma objektiv dran das ist wirklich mega geiles bild aber meine fresse geht mir das auf die eier dass ich weiß auch nicht warum die da nicht dran gedacht haben es war ja es war ja so das war ja so das projekt also es gab ja mehrere mehrere camps davon meine ich und dieses dieses projekt war dass man halt eben eine camp für jetzt hilf mir war das direkt für den pc gedacht oder war das hatte das irgendwelche anderen filmmaker ideen naja 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 ne nicht keine sony zv1 sondern eine zcam ihr wartet kurz das ding das ist so eine kleine rote kamera hdmi ausgang kann auch direkt damit aufnehmen hat ein wechselobjektiv drauf war nicht ganz günstig ich meine das wäre so eine art ja guck da so ein ding ne sehr kompakte bauweise so so in der richtung so ja sehr geil ja ist es auch ja ist blöd wenn dann solche nachteile überwiegen ne brauchen wir nicht drüber reden ja was heißt der nachteil das ist halt ja ich meine ohne scheiß das wäre also wirklich die war preislich gesehen ist das die die günstigste webcam mit so einem mit so einer qualität aber da hatte ich dass sie keinen autofokus hat ruiniert die ganze kamera und der prozess und der prozess und mit objektiv oder ohne beides das objektiv hat 316 gekostet und die kamera hat 415 gekostet so und das ist wirklich das schärfste bild was ich jemals aus meiner kamera gesehen habe kein witz also wirklich jetzt ich habe noch nie in meinem leben barthaare zählen können also ich habe jetzt gerade eine 6400er dran ich schiebe da hinten mit einer sony a 73 die schaffen das beide nicht so ein bild auszugeben aber sie ist leider nutzlos weil kein autofokus scheißgerät regt mich bis heute auf war macht mich wahnsinnig ich hasse dieses drecks ding ich würde es am liebsten eigentlich wegschmeißen dann verlose es verschenke es vergibbe es nein das ding kriegst du nicht mehr zu kaufen das ist gold wert das teil das ist genau das ist genau der punkt dabei wenn man bei ebay so schaut was die preise teilweise aufrufen wenn mal einer eingestellt wird das ist schon krank das ding hier ist gold wert das sag ich euch also das kannst du bestimmt locker in der kombination für 1.5 kannst du das verkaufen locker ist doppelt so viel wert mindestens schon christlein nicht mehr gekauft heftig 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 also ich habe mir lange jahre damit gedanken darüber gedanken macht wie ich wie ich mein bild irgendwie verbessern kann als ich noch mit den usb webcams hantiert habe als ich damals in der alten wohnung noch war so da habe ich irgendwie immer so drei usb webcams dran gehabt ich habe immer eine kamera hier gehabt mit die ich in die hand nehmen konnte zum zeigen und so und das ist ja auch das hat ja auch eine ganz andere dynamik als wenn du immer nur in deinem standard overlay bist und hast hier oben irgendwo deine cam so und ich fand das immer ich fand das von von bei vielen streamern früher immer so ein bisschen in anführungszeichen langweilig es geht mit der content von anderen leuten geht mich nichts an aber ich fand das immer so ein bisschen langweilig dass das 99 prozent aller streamer quasi nur nur zwei overlays haben so stream startet gleich und meine hauptsäne so mit dem game so und ich wollte schon hatte schon immer so den ansprungszeichen den anspruch ich wollte schon immer eine szene haben wo ich dann groß zu sehen bin dass man dass der ganze das ganze bild sozusagen nur ich bin dann dann so eine typische gaming szene und dann noch so mehrere weitere so das habe ich mir irgendwie früher mal angewöhnt und das werde ich auch nicht mehr los also das ist so habe ich halt bock drauf und dann hast du halt eine cam ein ding zum durch die gegend schleppen eine hier eine da eine zum gucken eine zu machen so ja die z kamera e1 so heißt sie so es gab auch noch eine e2 meine ich später ja und und dann war das halt super frustrierend wenn dann so eine firma wie logitech was neues anpreist und und irgendwie sagt ja wir bringen jetzt die lösung raus und ich habe immer nach 10 80 p 60 geschielt so wie gut sieht die cam aus und ich weiß nicht wie viele stunden wir in meinen streams damit verbracht haben vergleichsvideos anzugucken und immer wieder uns neue releases anzuschauen und dann dann bringt razer bringt die kio raus weißt du die mit diesem ringleit vorne drauf so die kann aber nur 720p 60 mein gott das wäre die chance gewesen aber die neue razer kio pro geht schon so in die richtung von der also von der bildqualität her von der elgato facecam kann aber nicht die soweit ich weiß nicht die werte direkt drauf speichern ist aber auch keine schlechte kamera kostet aber auch knapp 200 euro also das ist halt eben so diese diese marschrichtung die die da halt angestrebt wird weil offensichtlich sind streamer ja auch mittlerweile eine zielgruppe die man als große firma ansprechen möchte nicht verkehrt zoni und das und dann frage ich mich warum warum sieht kanon das nicht warum sieht sony das nicht warum bringen die nicht so ein so ein produkt raus das irgendwo zwischen 400 und 800 euro liegt und einfach und einfach weißt du du musst doch nur mal mit zehn streamern drehen worauf legt ihr bei eurem bild wert soll ich dir sagen warum ja weil die zu viel geld mit anderem scheiß verdienen weil denen das sowas von dermaßen scheiß egal sind weil wir so eine kleine nische sind dass der total wumpe ist ob ich jetzt hier acht sony kameras habe oder nicht ist ihnen egal ja natürlich ist ihnen das egal klar keine frage die kauf nicht scheiße so oder so die brauchen das nicht mehr das beste beispiel warum man das sieht war die kanon leria mini x davon gab es zwei versionen die mini und dann später die mini x und offensichtlich hat dieses produkt irgendwelche anderen produkte von 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 kanon irgendwie untergraben oder torpediert oder sowas und offensichtlich ist nie eine weitere version davon rausgekommen eine vlog camp mit einem guten bildstabilisator mit einem wirklich guten bild weil weil die weil die weil die cam hat wirklich auch einen schönen schönen ton ne auch ein stereomike richtig gut aber die bildqualität ist halt vor ein paar jahren als hier simon unge die halt quasi der der youtube welt vorgestellt hat da war das wirklich gut bildstabilisierung hatte ich zwar auch aber nur wenn man in diesem also also die kamera sagt zwar dass es der gesumte modus aber in wirklichkeit ist das quasi der ungesumte modus wiedergibt und auch nicht wirklich viel also das ist kein bildstabilisator wie man wie man ihn wirklich benutzen könnte und dann musste die auch jeder sofort haben selbst davon ist kein neues produkt aus dem haus rausgekommen es gibt mittlerweile vlog cams keine frage hier von sony die wie heißt sie jetzt zv1 glaube ich so ein ding und aber aber so ein aber so eine richtige eierlegende wollmilchsau gibt es halt einfach nach wie vor noch nicht das ist echt schade wobei die zv1 glaube ich auch nur ein rebrand ist von der rx-reihe ja das ist auch nur von der rx-reihe so ein rebrand glaube ich die rx 100 meine ich wäre das ist doch so eine 1000 euro plus kamera oder ja da habe ich auch das ärgert mich heute noch ich habe leider gottes weil ich ich hatte ja letztes jahr hatte ich ein bisschen ein bisschen probleme weil corona reingekickt keine messen und so ich habe eine 5100 verkauft ich habe zwei sony objektive verkauft und ich habe meine rx 100 mark 5 verkauft ich habe ich habe noch nie so sehr geweint noch nicht ich habe die ja also ich habe die wirklich jahrelang jahrelang habe ich mir das alles so zusammen gespart und meine ganze schrank war voll mit sony sachen und ich musste die echt leider abgeben ging nicht anders ärgere ich mich heute noch drüber die hätte ich auch gern wieder gehabt meine meine rx 100 mark 5 an die rx kamera serie kann man externe mikrofone anschließen richtig ja und die hat eine bildstabilisierung und der nachteil davon ist dass der akku nicht eine stunde oder so hält sondern nicht ganz so lange aber damit kann man schon arbeiten genau ja ich meine ranz ratte hätte die hätte die cam auch früher gehabt nicht nicht die mark 5 aber ja früher gehabt und das was er da rausgezaubert hat und qualität und ton fand ich echt gut die ist wirklich krass vor allen dingen hat die in die hosentasche gepasst ja ja so eine point and shoot halt wenn du nicht ein externes mikro dran machst ja schon not bad und dann guckst du dir mittlerweile so so bildaufnahmen videoaufnahmen von der von dem von den aktuellen handys an apple oder halt auch aus der android welt oder so und das hat sowas von aufgeholt meine fresse es kommt nicht an diese qualität ran von den systemkameras oder von von so einer point and shoot aber da fehlt nicht mehr viel ja also das ist halt also ich muss da jetzt mal ganz kurz intervenieren okay also es ist halt die leute die dir immer sagen ja ich brauche nichts anderes außer mein handy kann ja alles ist okay ist all righty aber halb mal ball flach so bei so qualitätsgeschichte ja halb mal ball flach okay die sonne scheint draußen du bist in einigermaßen optimalen lichtverhältnissen okay all righty aber gehst du nur einmal kurz in die richtung von einem schatten wo ein bisschen weniger licht ist da hört es nämlich schon wieder auf so und da muss man halt auch immer mal sagen ja ist krass wenn licht da ist aber dann ist halt auch einfach auch eine logitech 10 oder 20 krass so und das ist immer so das ist halt einfach immer so der unterschied wo leute finde ich persönlich ein bisschen zu viel untertreiben er übertreiben also ich sag mal so wenn ich jetzt in mein flur gehen würde und ich würde in meinem flur wo nur ein bisschen tageslicht von außen kommt mit einem iphone was ist das jetzt hier 11 pro max und froh mache und alle so ja ganze käme ja nee und da ist halt ein point and shoot macht das schon ein bisschen noch einen kleinen unterschied weil also ich sag mal so ein gerät was prädestiniert ist für eine aufgabe erfüllt diese eine aufgabe auch jederzeit so und da ist halt so ja ist krass aber auch nicht so krass weil also der handy ist mit 300 linsen hinten dran und die leute feiern das halt immer ab und denke ich mir immer wisst ihr was ist schön ist alles tippitoppi eine kamera wird das aber auch nicht ablösen so also für deine kinder bilder draußen im garten easy super easy kannst du machen vielleicht wenn du auch in einem studio sitzt so wie wir jetzt und du hast licht und es ist wirklich licht da geht das auch aber so ein sensor ne so ein sensor und software bearbeitung kriegt auch aus der größen gülle nichts rausgeholt faktisch die letzten events auf denen ich gewesen bin habe ich halt auch immer nur mit meinem handy aufgenommen da bin ich meistens zum beispiel auf der war das nicht sogar die twitchcon kann das sein da bin ich dann einmal mit dem mit so einem stabi durchgelaufen ja und habe mit dem oneplus handy einmal einmal durchgelaufen alles aufgenommen und habe das dann ungeschnitten hochgeladen weil du dann den zeitvorteil mitnimmst die leute die zuhause sitzen die warten dann quasi auf die auf die ersten videos von den events twitchcon gamescom whatever oder sowas und dann spielt es keine rolle dass die bildqualität nicht so geil ist sondern das ist halt auch so ein ungeschnittenes erlebnis also das war geil weil du dann auch alles in den gerät gemacht hast und dann auch davor die games kommen ich habe dann mit meinem handy aufgenommen und habe das dann ich bin dann mit jemandem hingefahren der hat mich dann auch keine ahnung zum hotel zurückgefahren und habe ich wir waren 45 minuten im auto unterwegs war halt viel los ohne habe ich während der fahrt habe ich das auf dem handy so leicht gecuttet ein bisschen geeditet und so weiter die sachen zusammengefügt noch intro davor dies das und so weiter habe das gerendert hochgeladen als ich also es war fertig als ich als ich dann quasi im hotel war das ist hat natürlich keinen qualitativen anspruch auf auf wirklich gut abgemischt noch color grading habe ich gar nicht gemacht ne und auch kein auch der sound passte nicht so hundertprozentig aber dafür war es halt verdammt schnell da ne also ich hab mich ich fand das früher immer so schwierig wenn du keine ahnung fünf monate nach der gamescom lädt jemand lädt jemand sein vlog zur gamescom hoch so da denke ich auch so ja die gamescom ist fünf monate her es interessiert keine sau mehr so halt aber ich verstehe natürlich wenn du diesen qualitativen anspruch dazu hast und sagst das muss eine gute qualität haben was auch schön ist keine frage alex also wo sind die 13 hardcast folgen bei youtube gerade interessiert ja auch schon wieder keine sau mehr entschuldigung der musste sein der passte einfach so gut verzeih mir alex ich habe aber auch übrigens mit einem iphone und im gimbal auch schon mal werbevideo gedreht so also es geht auch kannst du kaschieren und wie du wie du schon recht hast es gibt halt wisst ihr ist es ich sage mal also mittlerweile sage ich immer eine kamera mitzuhaben ist besser als keine kamera mitzuhaben welches am ende ist ist egal hauptsächlich transportiert die emotionen und ich sage mal so ich mache auch viele mittlerweile sehr viele bilder mit meinem telefon weil meine große kamera da halt hängt weißt du wie sehr mich das ankotzt alex jetzt ohne scheiß mich triggert das dass meine fotokamera nicht griffbereit ist das regt mich auf also ich bin wirklich an dem punkt wo ich mir noch eine zweite vollformat kaufe damit ich eine fotokamera habe mich wirklich mich macht das wahnsinnig wie wärs wenn du einfach nur für deinen racing rig von hinten top down kamera besorgst die deinen qualitativen anspruch entspricht aber diese vollformat nur noch dafür benutzt wofür diese ursprünglich mal gekauft hast das geht ja auch ich habe ja naja hier hängt ja eine sony hinten am sitz dran also wenn du das hier mal siehst da hängt ja eine sony dran schon aber das ist halt das ist halt die kamera wo es halt aussieht als wenn du mit im auto auf meinem kopf drauf sitzt so jetzt ist aber das problem an der sache dadurch dass das vollformat ist ist der bildausschnitt halt größer als wenn ich mir eine sony 6000 holen würde weil dann müsste ich die sony 6000 die sony 6000 hätte aufgrund der des objektives einen kleineren ausschnitt weil das ja vollformat das ist vollformat nur das andere ist dann kleiner und ich weiß nicht ob das passt wie wärs wenn du wenn du eine sony 6000 nimmst dich einfach nach einem anderen geeigneten objektiv mit dem entsprechenden leichten fischei oder halt eben entsprechend größeren ausschnitt ich bin dann ich bin da nicht im thema ich versuche hier nur lösungen zu bringen ja die lösung ist gut aber das wird finanziell einfach schon wieder richtig viel und das ist scheiße also wirklich weil die objektive also das hier was da dran hängt ist auf damit ich jetzt nämlich auch equivalent vollformat kre ist 24 millimeter komme hin darf dranne 12 12 ja 12 glaube ich irgendwie sowas in dem dreh und das wird es halt einfach irgendwann sind das unmicken ich verstehe schon ich habe das schon zusammengeklickert Alex das ist nicht so, als hätte ich das nicht gemacht aber diese Liste, also dafür, dass ich mir dieses Jahr nichts kaufen wollte, ist meine Liste sehr lang, also man könnte meinen mit 3000 Subs würde ich auch 3000 Subs Geld ausgeben ehrlich jetzt, also ich habe so einen qualitativ hochwertigen Anspruch an die ganze Scheiße und mich triggern so Kleinigkeiten, wie das die Kamera da hängt, also das wirklich mich ärgert das du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mich das ärgert dass meine Fotokamera, die ich zum Fotografieren haben will, ich möchte meine Katzen halt auch oft mal in also voll mit der großen fotografieren und dann sitzt du da und drehst das wieder ab und dann kannst du da kein Quick Release ran machen weil der Quick Release stört nachher beim Fotografieren weil du das wieder da nicht drauf machen kannst und das sind so alles so Kleinigkeiten wie bei der Logitech Kamera das ist scheiße und das will keine Sau das will keine Sau das ist unpraktisch so regt mich auf Alex das ist schwierig aber du hast recht ich muss mir wohl eine noch besorgen dann noch eine weitere 6000 wenn die Zcam wenigstens gehen würde dann würde mich das doch nicht stören dann würde ich sagen ach scheiße ich mach das Ding hin aber ich hab einfach gar keinen Bock die verfickte App jedes Mal zu benutzen das regt mich auf das regt mich auf warum mich der Quick Release stört weil die Kamera ein L-Bracket dran hat damit ich die halt sowohl hochkant als auch quer in mein Stativ machen kann wenn ich mir unten dran jetzt aber einen Quick Release ran machen würde dann müsste ich jedes Mal den Quick Release abmachen damit ich das ins Stativ reinschieben kann und das nervt mich und außerdem musst du dann jedes Mal die Kamera neu positionieren jeden Tag aufs Neue wenn du die abgenommen hast und dann kommt noch dazu dass du sie jedes Mal wieder gleich einstellen musst sprich du musst jedes Mal ein ISO einstellen und den ganzen Scheißen hab ich keinen Bock drauf das ist stressig das ist unnötiger Bullshit kann ich bestätigen das will man nicht also sein Stream Setup macht wirklich am meisten Spaß wenn man es wie du das bei dir schon so oft beschrieben hast einschaltest und es läuft und du musst es nicht irgendwie noch tausendmal einstellen stell dir mal jetzt jetzt wirklich versuch mal versuch mal jetzt wirklich kommt mal kommt mal kurz mit auf eine Reise ich beschreibe euch das kurz mal ja also ich mache wenn ich den Stream starte müsste ich theoretisch theoretisch alle Steckdosenleisten anmachen ich fahre alle PCs hoch und sagen wir jetzt einfach mal ich hätte nicht den Komfort den ich jetzt habe und ich müsste eine Kamera einstellen zwei Kameras einstellen drei Kameras einstellen vier Kameras einstellen jedes Mal jedes Mal wenn ich den Stream starte müsste ich das machen es gibt genügend Menschen die machen das jeden Tag oder sagen wir mal das mit dem Sound dass man irgendwelche in Windows irgendwelchen Quatsch hin und her dödelt oder das ganze das ganze Licht sagen wir einfach mal du hast Fernbedienung für das Licht beispielsweise und das kommt auch noch dazu und du müsstest das jedes Mal machen so und das machst du 365 Tage im Jahr da wirst du wahnsinnig irgendwann also du wirst wirklich wahnsinnig oder es gibt ja auch super viele Menschen die ihre Setups in den Küchen immer aufbauen und ihre Rechner hin und her tragen da wirst du irgendwann wirklich glaub mir du wirst wahnsinnig dabei du wirst einfach wahnsinnig dabei weil du es so oft machst dass das einfach dich fickt das einfach irgendwann an weil du willst nicht jedes Mal 30 Minuten bevor der Stream anfängt gucken ob alles funktioniert es gibt ja aber das ist dann wieder so eine typische Studiosituation Entschuldigung wenn ich da ins Wort falle aber das ist ja die typische Studiosituation wie in einem echten Studio auch gearbeitet wird die drücken nicht auf den Knopf und dann läuft alles so dann muss jeder Kameramann muss nochmal alles einstellen gucken der Tonmann sagt jo alles klar wir haben Sound der Lichtmann sagt jo nee alles klar warte mal eben kurz messen nee hier ist noch ein bisschen mehr da Vollgas hier ein bisschen weniger so ne das wird ja gemacht so und ja gebe ich dir recht und beim Streaming ist es natürlich geiler wenn du einschaltest und go und gib ihm und ich kriege auch die Krise wenn ich dann merke dass irgendein Windows Update dann dafür gesorgt hat dass OBS die Audioquelle nicht mehr kennt kennst du auch ne du machst du machst ein fucking Windows Update und es hat sich nichts geändert das Device heißt exakt gleich zumindest bei uns ne unsere Beschriftung unser Alias ist gleich aber der Interrupt hat sich geändert oder keine Ahnung was es läuft halt intern auf einer anderen Bezeichnung oder so und dann sagt OBS so ne also kenn ich nicht mehr also diese Soundquelle die du da vorher drin hattest die gibt's hier nicht die ist rot die ist rot ja Gerät nicht gefunden so und du klickst es an Dropdown Menü und du hast ja dann meistens ein, zwei Mikrofone oder jetzt in deinem Fall wahrscheinlich ein paar mehr dann da so ne klickst es wieder an und schwupp der Sound ist wieder da ja toll und das sind First World Problems das ist wirklich nicht schlimm ne für mich ist das ein First World Problem nein ist es nicht doch nein aber ich möchte es ich lass mich ausreden aber ich will es halt auch nicht haben ne für mich ist das ein First World Problem aber solange man das umgehen kann kann ich es umgehen also wenn ich meinen ganzen Scheiß einfahre dann also meinen kompletten PC hochfahre das mach ich ja zum Testen jetzt immer noch mit einem Sprachbefehl ne und dann geht die Steckdose an der PC fährt hoch hier ist alles an und im Prinzip zum Streamen schalte ich meine beiden Kameras die hier in Griffreichweite sind per Hand ein weil die sollen nicht die ganze Zeit Strom kriegen das wird für mich jetzt keinen Sinn machen ähm auch wenn ich die natürlich auch nochmal über eine zweite Steckdose nochmal äh befeuern könnte ne das ginge auch dann mach ich mein Licht an und dann geh ich live also ich trage vorher noch einen Titel ein von meinem Stream so und da hab ich irgendwie so den Anspruch dass ich jeden Tag einen anderen Titel finde der irgendwie zum Tag passt oder zu dem was ich machen will ich möchte nicht äh ich fand das vorher mal so schlimm wenn Leute irgendwie so einfach nur in ihrem Titel geschrieben haben 1080p 60fps Full HD Gameplay voll geil Leute und das war immer der gleich so das das wollte ich halt nicht haben wenn also da hatte ich so den Anspruch dass ich immer immer irgendwie was reinschreiben wollte was auch Lust macht äh oder oder die Situation beschreibe ich Scheißtag abschreibe ich rein ich hab Scheißtag geh weg ne so halt ähm sowas mit dabei und und das das ist dann das ist dann so mein 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 das Ritual was man vorher macht so dieses dieses Hochfahren ne also ich hab das mittlerweile ja ich weiß bei dir ist es weniger ne ist alles cool aber das ist so mein Ritual vor dem Stream und dann bin ich auch zufrieden das ist dann nicht da muss ich dann und mittlerweile ich hab mir extra noch das Audio Mixing von OBS extra noch ähm wieder ins Hochformat gelegt und neben den ähm neben das äh Preview Window gelegt damit ich das auch sofort sehe dass da kein Output drauf ist so also ich hab ich hab dann so mein mein ne so mein eigenes mein eigenes Workflow entwickelt wie mir dann sofort auffällt dass es ein Problem da ist ne also ich mach nur den Streamtitel das war wie gesagt find ich super brauch ich bei mir jetzt aber nicht ne wenn es mehr wird überlege ich mir auch wieder Lösungen wie es einfacher wird ähm ja ja mich macht schon wahnsinnig dass die Kamera da hinten leider Gottes mein Kopf von der von meiner Lampe die über dem Monitor oben hängt mein Kopf zu hell ist dass die Kamera den Autofokus nicht automatisch auf den Monitor kriegt und ich einen Knopf drücken muss und kurz drehen muss damit der Fokus da ist das ist aber auch nur okay weil ich das nicht jeden Tag machen muss ansonsten naja das würde mich wahnsinnig machen oh weil die so viel Shit verbaut ist kann man also ne wenn ich in die Küche streamen gehen würde und ich müsste jedes Mal da drüben alles aufbauen der würde ich wahnsinnig werden ich sag dir ich sag dir auch ich hab mehrmals die vergangenen Jahre also jetzt die letzten Monate die letzten ein zwei Jahre sicherlich nicht aber ich hab die letzten Jahre diverse Streams mal nicht gemacht weil der Aufwand des Aufbaus dann abgeschreckt hat ne in der alten Wohnung war das auch ein Problem da wollte die Mitbewohnerin nicht so viel Technik in dem Rest der Wohnung haben was man auch nachvollziehen kann Thema beziehungsfähig und so ne und mein Büro war locker 10 Meter entfernt von der Küche vielleicht sogar 15 I don't know und da war das halt noch ein bisschen schwierig mit Kabellängen USB Kameras und wie machst du das über die Küche heute höre ich eine Lösung dafür aber du baust dann in der Küche alles neu auf jedes einzelne Mal ne das mach ich heute auch nicht mehr ne 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 einfach nein einfach nein ne so und für meine für meine Küchenlösung mit jetzt wie ich das hier mit den Handys mache also ja ne ich find das so weit gut wie es gelöst also ne ja das ist der Aufwand ist halt da Handy 1 starten also die App starten okay Clip in das Stativ Handy 2 starten also die App Clip ins Stativ Wireless Cam an Licht an reicht so und das das ist auch für mich völlig okay ich weiß dir dass dir das zu viel ist für mich ist das völlig okay das ist auch in Ordnung also wie gesagt ich verurteile das auch nicht äh also ich verurteile das wirklich nicht ich hab äh ich muss aber auch also ich muss wirklich ehrlich gestehen ich hab dafür aber auch mehr als ein halbes Haus zu Hause dessen bin ich mir aber auch bewusst so also das wird mir jetzt immer mehr klar weil ich werd ja auch immer älter und ich mach das ja schon ein paar Jahre und äh ich hab halt nicht wirklich sehr viel für mich gewirtschaftet sondern ich hab halt mir das immer schön geredet und hab ins Unternehmen investiert und äh es ist für mich komfortabler also so dass ich vielleicht jetzt aktuell einmal im Monat einen schlechten Tag hab im Stream also wirklich einmal wenn überhaupt also heute ist so ein Tag zum Beispiel aber da kann der Stream nichts dafür oder sonstiges dergleichen und äh ganz ehrlich also ich würd das glaub ich jedes Mal wieder so tun weil das schon echt mega komfortabel ist also andere Leute fahren gerne ein Lamborghini und haben eine Putzfrau und ich sag einfach Alter ich drück einen Knopf und dann ist alles da so und muss nix machen gar nix und für viele Menschen also wirklich gerade wenn wenn sowas mit der App ne wenn ich das sage sagen mir sehr viele Leute Dizzy das sind First World Problems ne Mager wenn auf deiner Arbeit dir irgendwas auf den Sack geht was du jeden Tag machen musst was eigentlich scheiße ist was du verbessern kannst dann machst du das auch weg wenn du es weg machen kannst so und ich find halt der Freund so das muss weg sei es sei es der also es ist super schwachsinnig zu sagen sich für jetzt wirklich sich für 800 Euro ne Kamera zu kaufen damit man eine andere Kamera benutzen kann die einfacher ist das ist super schwachsinnig und da müssen wir gar nicht drüber reden es ist super Banane sich ne Sony 6000 zu kaufen das Objektiv Akkudummy um das da hin zu hängen damit die Fotokamera an dem Ort liegt wo man sie benutzen möchte aber es gibt Menschen die haben da so ein Tick und ich hab da so ein Tick mich regt das auf oder wenn mein mein irgendwas wenn das Auto nicht wenn das Auto nicht immer ready ist für lange Fahrten zum Beispiel wenn ich mich da reinsetze und das nicht ready ist oder wenn im Auto ich hab im Auto zum Beispiel zwei Paar Schuhe nen Hoodie Zahnbürste und den ganzen Shit wenn ich das da nicht drin hätte würde mich das aufregen weil dafür ist die Kacke halt einfach da oder wenn das in der Küche nicht funktionieren würde oder ich müsste jedes Mal rumbauen und ich müsste mich jeden Tag mit dieser Scheiße auseinandersetzen früher hab ich das gemacht und mich hat das wirklich mich hat das so sehr genervt im Stream also mich nervt das heute wenn einer heute zu mir sagt dieses Jahr ist dein Stream schon ziemlich häufig ausgefallen und ich aber für Windows Updates nichts kann also dafür kann ich wirklich nichts dieses Jahr ey dann triggert mich das schon weil das so einmal im Jahr okay aber mehr auch nicht also einmal im Jahr ist alright das kann immer mal passieren aber das war dieses Jahr schon so häufig weil mich das mich triggert das so sehr also ich nagel da auch einfach erbarmungslos Windows neu rauf weil das für mich absolutes No-Go ist das ist so eine so ein so ein so ein Minenfeld in das bewege ich mich gar nicht mehr ja klar naja dein Stream-PC wird ja demnächst ein Hackintosh werden das fühl ich so sehr ne Alex das fühl ich so sehr aber ich hab wirklich ich muss mich da wirklich ein bisschen bremsen Alex wirklich alles gut also das ist für mich hier das ist für mich hier bin ich ganz ehrlich ein sehr therapeutisches Unterfangen meine ich ernsthaft weil ich angefangen habe das wirklich auch als dieses zu nutzen und ehrlich über diese Dinge zu reden und es ist halt also ich sag's dir einfach so wie es ist ich hab halt schon wieder in die Küche 2000 Euro reingedonnert einfach so ich hätte auch Handys hinhängen können hätte ist aber nicht mein Anspruch so und wenn du dir das alles immer so vorrechnest und dir überlegst was du mit der ganzen Kohle machst für die du dir hättest einfach mal vielleicht was für später kaufen können ne also ich meine es nicht so als wenn ich mir dafür nichts weglege oder ich mir mal was eigenes gönne ich hole mir das allererste Mal jetzt in meinem Leben was für mich selber worauf ich mich sehr freue was nicht mit der Arbeit zu tun hat und zwar mein neues Auto und da hab ich keinen Fick drauf gegeben was irgendeiner sagt sondern ich hab das Auto hab ich mir rausgesucht ich hab da alles reingezimmert was da reingeht in die Kache das ist für mich und darauf freue ich mich das erste Mal wo ich gesagt hab Chad I don't give a fuck ist mir egal was ihr dazu sagt ist euer Geld aber das Auto das kommt vor meiner Haustür und es ist kein Mercedes und es ist kein Sportwagen nein aber du willst nicht verraten was es genau ist es ist ein Octavia RS voll ausgestattet so einen wie Golo hat wahrscheinlich ne nee Golo hat keinen RS das ist Octavia ist eine schöne Kiste ja ich weiß fand ich auch ist ein netter Kompromiss zwischen zwischen allem so ja aber das ist schon das ist schon der Kompromiss auf Spaß wie auf Spaß also der RS ist jetzt kein Kompromissauto das ist schon warum der macht schon der weiß wozu zwischen ist das denn Kompromiss zwischen schnell und geil weißt du was vor meiner Haustür steht ich fahr ne fucking Anbauwand also ich fahr da draußen ne Anbauwand die hat richtig Schub unter dem Arsch also das Ding fliegt das ist für mich ein Kompromiss weil also es ist ein schönes Auto ist aber viel zu groß ist nicht passig für die neue Zeit verbraucht zu viel Sprit wiegt zu viel kommt weg ist das ein Kompromiss für mich was ist denn was ist denn eine Anbauwand für dich SUV ganz groß du fährst ein SUV ganz groß okay ja hab ich noch nie gehabt hab ich nie gefahren hab ich mich nie für interessiert wenn das dein Ding ist klar eigentlich ist es mein Ding ja ich seh mich da auch drin aber ich hab halt für mich also was ich mit Kompromiss meine ist halt der Kompromiss zu sagen ich verzichte auf nicht den Platz den ich gerne hätte um Sachen zu transportieren hab aber dafür ein kleineres Auto kleineren Motor also kleinere Maschine weniger Gewicht weniger Spritverbrauch aber ich pendel sehr viel und dann möchte ich natürlich auf das etwas schnellere Pendeln wenn ich nachts fahre solange das noch geht ja klar genau solange das noch geht früher oder später kannst du auch in Deutschland die Autobahn nicht mehr ja das ist klar da wird das angeglichen ja klar aber dann haben wir ja alle den Tesla Autopilot ja für 200 Euro im Monat und dann drückst du einfach nur noch ein Knöpfchen wo du hin willst und dann fährt ich das Auto da hin und dann ist alles cool warum ich kein Volvo genommen habe weil Volvo zu teuer ist und ich sehe mich nicht in einem Luxusauto und Volvo ist ein Luxusauto ich entscheide mich glaube ich immer und so werde ich auch immer sein und deswegen besitze ich auch ehrlich gesagt nicht so viel von diesen Gütern ich bin ein sehr bescheidener Mensch und sehe mich immer in der Arbeiterklasse und deswegen nehme ich mir solche Autos aber dir ist schon bewusst dass dein dein Streaming Hardware Style in Konflikt zu dieser Aussage mit Arbeiterklasse steht ne ne warum das ist mein das hier das ist mein Geld Bagger das ist nicht das ist keine Luxusartikel das ist meine Arbeit ich verstehe das ich verstehe das und ich verurteile das auch nicht ich finde das sogar sehr cool also dieses Format bringt mir genauso was wie es dir offensichtlich auch dir was gibt so ich finde das sehr interessant weil ich natürlich auch wieder auf neue Ideen für mich gebracht werde für die man sonst vielleicht viel länger gebraucht hätte oder man kriegt mal einen notwendigen Seitenhieb oder weißt du ja geil was so aber ich verstehe schon dass Menschen das dann auch scheiße finden können dass du auf der einen Seite sagst naja hier ne ja Kind der Arbeiterklasse und so werde ich halt auch immer sein und dann so ja wie viele Kameras hat der nochmal was für eine Vollformatkamera benutzt der nochmal okay okay pass auf da verstehst du die Kritik dabei ja 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 erzähl ich dir ich geh aus dem Raum raus ich hab Sketchers Schuhe für 20 Euro meine Socken haben alle Löcher I don't give a fuck ist mir egal also man kann über Fliesen gehen oder man merkt das ich hab ne 20 Euro gebrauchte Couch in meinem Ding stehen ne 200 Euro Fernseher das einzige was vielleicht ein bisschen was außerhalb wert ist ist mein Bett und das ist halt einfach so mein Bett hab ich viel Geld bezahlt weil das halt wichtig für mich ist ansonsten in meinem Privatleben wenn ich über die Straße gehe und du würdest mich nicht kennen und ich würde vielleicht mit meinem Auto vorbeifahren würdest du sagen das ist ein ganz normaler Dude und so einer bin ich halt auch einfach ja klar also es ist schon also Kind der Arbeiterklasse ist natürlich kannst du jetzt so und so definieren für mich ist es aber immer und wenn diese Kritik kommen sollte für das was hier steht das ist halt das Geld was meine Zuschauer mir gegeben haben nicht dass ich mir also so sehe ich das zumindest nicht dass ich mir einen dicken AMG hinstelle für eine Leasingrate von 1000 sondern einfach zu sagen ey hier ich gebe euch was zurück davon solange wie ich kann an dem Punkt bin ich jetzt mittlerweile wo ich halt auch sage so ab jetzt Chat und das habe ich auch vor vor einiger Zeit gesagt ab jetzt Chat ist halt Feierabend so jetzt geht es in meine Tasche rein so das habe ich jetzt acht Jahre gemacht jetzt geht es in meine Hosentasche rein so und das wird aber auch nichts daran ändern äh finde ich persönlich an meinem Mindset zu sagen äh ich bleibe ein ein bescheidener Mensch also was heißt bescheidener Mensch ich muss das halt nicht raustragen also ich würde mir nie im Leben einen Lambo kaufen bevor ich mir einen Lambo kaufe würde ich wahrscheinlich zehn Leute lieber einstellen die für mich arbeiten damit halt die damit da was in Anführungszeichen Sinnvolles passiert weil ich brauche das halt nicht weißt du also ich werde wahrscheinlich selbst wenn ich Millionär wäre würde ich immer noch meine 20 Euro Sketches tragen und also natürlich kann man jetzt sagen ich trage eine Apple Watch okay klar ein iPhone den ganzen Shit I know das sind Dinge die ich zum Arbeiten gerne nutze weil sie mir das Leben vereinfachen aber alles andere ist mir so egal ich brauche keine fette Uhr keine fetten Schuhe kein dickes Auto oder irgendwelche Seidenhemden oder das geilste Shampoo Alter ich kaufe immer noch die billigste Scheiße vom billigsten ein so und das reicht mir halt auch einfach und ja der Octavia RS ist jetzt nicht unbedingt so ein Auto aber es ist halt einfach mal noch im Rahmen wo man sagen könnte es ist ein Pendlerauto ist für mich okay und das RS da drauf habe ich auch wegmachen lassen by the way es ist einfach nur es steht nichts drauf auf dem Auto wegmachen lassen sowieso ich habe das alles auf das Auto clean da ist nichts dran ja das ist doch nur geklebt das machst du doch selber ab da bezahlst du doch keinen für muss ich nichts bezahlen kannst du angeben okay ja cool hast du aber immerhin 100 Seiten unterschrieben dafür ne ja aber es fehlt es fehlt dir noch Dokumente das hat mir der junge Mann noch nicht gesagt was er noch braucht sind wir sind wir am Ende für heute sag mal ja also werde ich mich jetzt wieder meiner Bohnenpfanne mit Tortilla Crunch widmen ich habe heute auch so einen Brandmagger ne ich weiß nicht warum aber ich habe heute so einen richtigen Zieps auf irgendwas zu fressen das ist wahnsinnig ich glaube heute hast du auch so Tage wo der geht richtig scheißlos und du könntest den ganzen Tag nur fressen ja ich habe heute morgen mein Telefon aufgemacht ich habe gedacht scheiß doch die Tür zu warum muss ich so aufstehen Hiobsbotschaft 1,2,3,4 ja dann mal gute Besserung also so einen Tag hatte ich heute nicht aber 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 essenstechnisch könnte ich jetzt gleich noch was vertragen absolut ja ich auch aber ich glaube ich habe nichts da außer Salat würde ich einladen ne ich mache gerade ich mache gerade so ein im Rahmen eines Placements mit einem das muss ich ja jetzt hier nicht großartig erwähnen Premium-Fleischersteller habe ich mir vorgenommen mir in meinen Alltag zu integrieren nur noch den Sonntagsbraten zu haben um nur einmal in der Woche bewusst vernünftig wenn dann Fleisch zu essen oder gar nicht ok also ich glaube ich weiß nicht ob wir uns einigen können ach doch du machst ja auch Veggie gerade oder ich mache das weil ich da gerade Spaß daran habe aber ja genau ok gut dann könnten wir ja doch ja dann würde ich zum Essen kommen weil sonst ich weiß nicht ich will halt nicht immer dann sagen nee das bin ich nicht das geht halt ich finde ich scheiße ja ist gut alles gut alles gut ich verstehe das ich mache das gerade einfach nur aus Spaß und Freude ich habe da jetzt keinen tieferen Hintergrund dabei aber ich bemerke ja bei mir also witzigerweise scheint ja in Fleisch sehr viel Energie zu stecken und wenn man in einer vornehmlich sitzenden Position arbeitet braucht man diese Energie vielleicht nicht in dieser überschwänglich vielen Form und also dieser Groschen fällt bei mir auch gerade so langsam so you know also ich muss also ich muss ehrlich zugeben Alex ich esse ja jetzt eine ganze Zeit lang schon Salat und ich esse ich habe jetzt davor also bis auf jetzt die letzten Tage habe ich so ein Hähnchenbruchstreifen reingemacht und habe die so ein Teriyaki angebraten und so war ganz lecker und ich muss wirklich also ich muss ganz ehrlich sagen dieses also mit mit Fleisch geht es mir schlechter als ohne also gerade ich merke das so was Stuhlgang angeht Scheißerei so you name it für mich ist es echt viel angenehmer ohne also mal cool aber ohne ist geiler weil du bist halt du wirst halt nicht müde ey ohne Scheiß du kannst dir ein fucking Kilo Salat in den Kopf reinknallen du wirst nicht müde von Essen und das ist für mich schon immer so eine und ich will da keinem was aufquatschen macht was ihr wollt also wirklich jetzt für mich ist das einfach so unglaublich befriedigend eine ordentliche Mahlzeit zu essen satt zu sein und nicht eine Stunde später oh fuck alter ich brauche jetzt Mittagsschlaf oder zu kontern mit einer Cola oder oder sonstiges dergleichen und das wirst du vielleicht auch relativ schnell feststellen wenn du das machst wenn du Gerichte gefunden hast die dich nicht müde machen war ja der Tag da geht's ab wie alt also als wenn du zum Mond fliegst wie Besos ist so also also Besos ist ja nicht mal Astronaut ja also finde ich auch witzig dass sie mal eben kurz die Regularien da so ein bisschen geändert haben so und dann sagen können so ja der war ja gar nicht richtig im Weltall das fand ich das fand ich so weißt du das fand ich so ja erstes und privates Unternehmen was nach oben kommt und hey und dann so Moment mal eben ja okay alles klar das müssen wir ein bisschen hochschieben so und dann ist er nicht im Weltall gewesen das fand ich schon sehr dreist also ich hab schon ich hab schon ich hab immer schon mal schon öfter mal so komplette Nahrungsumstellung gemacht ich hab ich hab eine Zeit lang mal nur Palio gegessen ein halbes Jahr lang ging es mir total super da isst du sehr sehr viel Fleisch und viel Gemüse viel Obst viel Salat aber wenig von diesen typischen Kartoffeln satt machen Reis oder sowas gar nicht halt null so und ich hab ich hab schon öfter so verschiedene mal wochenlang nur so Säfte getrunken oder dann auch mal hier das letzte war vor ein paar Monaten so 10 Tage Kohlsuppe gefuttert einfach einfach nur um sich mal wieder so ein bisschen zu entschlacken so das einmal im Jahr hey ich hab ich weiß was du jetzt sagst ne Gasbildung hoch 10 hab ich nicht ich kann Kohl in jeder Bohnenkohl kein Problem aber esse ich einen Cheeseburger bei einem McDonalds oder sowas dann kann ich aber zum Mond fliegen mit eigenem Antrieb so hab ich nicht so Kohlsuppe kann ich jeden Tag essen ist überhaupt gar kein Problem ey du ich auch aber ich sag dir eins Alter das wird oft von Letta ist das nicht amüsant das ist einfach nur so aber genau so ja verstehe nee das hab ich gar nicht also ich hab da irgendwie eine ganz gute Verdauung was das so angeht und das funktioniert auch ganz gut und ich hab schon echt eine Menge so mal für mich ausprobiert und so weiter aber man verfällt halt immer wieder so in dieses alte Verhaltensmuster zurück so ne dass es halt easy ist mal hier mal ein bisschen Süßigkeiten da ein bisschen ne mal eben was irgendein Fleischgericht oder sowas weil es halt auch scheiße lecker ist ne und da bin ich dann auch ein bisschen Genussmensch und ja ich verstehe das wenn du wenn du sehr energiehaltige Lebensmittel weglässt dann fährt dein Körper halt auch gefühlt mehr hoch und sagt alles klar jetzt müssen wir mehr Energie investieren um aus dem was er uns gibt noch was rauszuholen also hast du natürlich automatisch auch mehr Energie und bist wacher und fitter und so weiter um das zu machen und das hält auch eine ganze Zeit lang an und wenn du dann auch zwischendurch mein Gefühl ich auch da ich bin kein Ernährungsexperte das war jetzt nur bei mir so wenn du dann ab und zu mal wieder so ne hoch energetische Nahrung halt reinballerst das kann ja alles mögliche sein auch Fleisch dann dann hast du einmal wieder so dieses boah boah das war jetzt aber schwer aber boah man war das lecker dann reicht das wieder ja genau ist genauso wie dieses Sport machen wenn du wenn du permanent Sport machst macht das ja Spaß das ist ja geil das ist das motiviert dich ja auch weil du ja was dann sowas zurückbekommst oder auch irgendwie merkst dass das geil ist so aber bist du dann also mir geht das so wenn ich dann aus Arbeitsgründen oder also damals waren es Arbeitsgründe oder dann wegen Krankheit mal ein paar Wochen ausfällst oder sowas dieses wieder reinkommen mach ich gerade gar nicht das kann ich nicht gut du also bei mir gibt's gerade also wirklich ich hab ich kämpfe sehr hart mit mir selber und gehe sehr hart mit mir ins Gericht aber das gibt's nicht es gibt keinen Tag wo also ich hab auch heute ich hab mir heute also weil wirklich war so kacki ich hab mir heute gesagt ach scheiß der Hund drauf ich hab mir heute so ne kleine Dopplerone reingeknallt mach ich den Stream aus geh ich kurz wapen und dann geh ich ne halbe Stunde laufen weil Schokolade ist zwar geil aber muss auch wieder runter und raus es scheint so auf nichts verzichten ist cool und alles reinwerfen ist auch cool aber äh vielleicht sollte man sich da ein bisschen bewegen Bohnenpfanne mit Tortilla Crunch Knoblauchschmand und Thymianreis das wartet jetzt auf mich das Jim ich gönn dir das das ist auch voll lecker ich hab's also wirklich voll lecker voll lecker jetzt haben wir trotzdem noch mal wieder zehn Minuten extra gemacht ja war gar nicht geplant ich mach jetzt das Vorschlusswort äh ich fand's mal wieder sehr interessant ja ich fand's mal wieder sehr interessant viel noch ein bisschen mehr von deiner Hardware zu erfahren man man bekommt ja im Laufe der Zeit immer wieder noch so ein bisschen mehr mit wie wir waren ja schon bei ja das mit der Z1 Cam und dem ganzen wie auch immer die genau heißt ne die E1 Cam heißt die und dem ganzen anderen Kram und auch wenn heute wieder vielleicht der ein oder andere kleine Trigger in deine Richtung gefallen ist so ne dass dich so ein paar Sachen aufregen wie die Vollformat Kamera die du auf keinen Zugriff hast und so weiter aber das ja das ist schon krass ich find das sehr gut ich freu mich schon auf nächste Woche wenn wir über ein neues Thema sprechen über das wir uns im Vorfeld wieder mal keine Gedanken gemacht haben ne ähm so richtig aber der Chat hat auch nicht so richtig was reingeworfen ne ne Chat ist jetzt schuld bei Alex bei mir nicht weil nicht so schlimm nein natürlich natürlich ist der Chat da nicht aber ich möchte mir jetzt auch nichts irgendwie so aus den Fingern saugen ich würde sagen ich würde sagen wir wir schreiben einfach die nächsten ein zwei Tage nochmal nochmal kurz wenn wir wenn wir so den Geistesblitz hatten ne ja ansonsten wird's Wundertüte 2 ansonsten wird's Wundertüte 2 genau finde ich nicht schlimm also ich ich muss ganz ehrlich sagen ich hatte so ein bisschen Bedenken heute wirklich aber wie easy wir halt schon wieder äh therapeutisch zwei Stunden rumgekriegt haben aber dann waren die zwei Stunden schon wieder um also Nils äh es war mir eine Freude ich bedanke mich und ich freu mich auf nächste Woche beim nächsten Hardcast pünktlich ungefähr um 18 Uhr für zwei Stunden tschüss wieso ungefähr heute ich war nicht mal zwei Minuten zu spät nein ach wenn sich das mal ein bisschen verschiebt da hinten das ist doch überhaupt nicht schlimm also wie gesagt wir sind hier nicht die Tagesschau wir müssen nicht um 20 Uhr sofort also ne meine Damen und Herren schön dass Sie auch äh in dieser Folge zugehört haben äh gehört haben zu einer gemischten Wundertüte die wir heute ausgepackt haben äh so wie ich das vorhin sagte meine ich das auch für mich hat das mittlerweile wirklich einen sehr therapeutischen äh äh Zweck auch weil man äh sehr viel erzählen kann und ich auch äh das Gefühl habe dass das hier an der richtigen Adresse ist bei Alex weil der viele Sachen auch versteht und äh ich finde das sehr schön dass wir äh nach so vielen Episoden die wirklich schon eine Menge sind wie ich finde wir sind glaube ich bei 15 mittlerweile angekommen ähm immer noch so frei zwei Stunden voll kriegen also ich mach mir wirklich sehr oft Gedanken ob wir das wirklich schaffen zu einem gewissen Thema und ob wir es wirklich hinkriegen immer wieder über neue Dinge zu reden und dann unterhalten wir uns halt einfach mal eine halbe Stunde über einen Drucker und äh über Kabel und Sortierung und dann denke ich mir immer so ja gut easy äh kein Problem und dann sind wieder zwei Stunden zweieinhalb Stunden rum und es war einfach ein Fest Alex Dankeschön dass du da warst heute äh an die Zuhörer da draußen an auf allen Podcast Folgen äh Podcast Portalen Dankeschön an der Stelle Refunix mein guter Küsschen geht raus dass du dich darum kümmerst ganz viel Liebe an dich an Chat auch an alle Zuseher wir sehen uns nächste Woche Mittwoch mit Thema ganz viele Fragezeichen Tschüss Tschüss Kick 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 零 connections variations kim zu degree green uts access ins 院 ippe traffic ann vals ily